Prost die Herren, ETTs Leute, Prost, 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 und Willkommen beim Biertaucher Podcast 260. Wir schreiben den 14.6. 2016. Wir finden uns in einem sehr kleinen Innenhof vom Alten AKH. Hof 8, glaube ich. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von woconnect.com, der Online-Marketing-Agentur vom Jörg aus Österreich. Vielen Dank an dieser Stelle. Und doch, danke, Andi. Flatterara. Und an das Binnenmonster. Oh, das ist besonders, immer. Und falls wir jemals Patreon-Zuwendungen kriegen, im Voraus schon, danke, Andi. Das ist auch möglich. Heute ist dabei. Genau, der Gregor. Der Horst. Der Dennis. Und der Stefan. Tja. Starten wir in den Teaser. Starten wir in den Teaser, ja. Worum geht's heute? Also, ich würde gerne ein bisschen über narrative Spiele sprechen, insbesondere über ETTs, was ich jetzt länger gespielt habe. Und einen Abschluss zum Science-Fiction im Parkfest, wo ich in illustrer Runde Quiet Earth angeschaut habe. Ja, ich habe einiges zu erzählen. Ich habe mir ein sehr seltsames Formular besorgt, habe prominente gesichtet, zwei Bücher gelesen und auch zwei Filme im Kino, so weit zu sehen. Ich habe nichts heute mit. Ich habe mit Reaper gespielt und an meiner Kennzeichen. Oh. Okay, weil Rifa kann ich auch reden. Ich war eigentlich im Kino, ja. Mit dem Horst, nämlich. Ja, mit dem Horst, glaube ich. Und deine Freundin war auch dabei. Stimmt, die war auch dabei, ja. Okay, ja. Wenn Sie das alles interessiert, unter biertaucher.at, Folge 260. Ab. Dieser Ab. Dieser Ab. Okay. Auf in deinem Podcast. Ich habe ein neues Ritual. Ich habe die Feedback-Verlesung zu machen. Okay. Also im Prinzip schöner Leiden. Schöner Leiden, genau. Schöner Leiden. Erklärung, die die letzte Folge nicht gehört haben. Wir haben gebeten um Feedback und du hast auf Google... Ich habe das braucht. Genau. Du hast auf Google so ein Formular geschrieben. Ich habe ein Google-Formular gemacht und das als einziger auf angeschaut. Das wusste ich nämlich gar nicht, dass das überhaupt geht auf Google. Tja, ich bin ein riesiger Google-Fanboy. Und ja, das Nette ist, es haben immerhin acht verschiedene Leute, hoffe ich, Feedback gegeben. Und ich versuche das kurz vorzulesen. Es war keiner dagegen, dass sein Feedback verlesen wird. Erster Eintrag... Ah ja, man muss dazu sagen, die Leute haben ihren Namen dazu schreiben können. Wir haben natürlich aber keine Überprüfungsfunktion eingebaut. Also es hätte jetzt jemand auch Donald Duck oder Kurt Fischer oder so irgendwas reinschreiben können als sein Name. Okay. Die erste Frage war am unnötigsten, finde ich, beim Biertaucher-Podcast. Und das beginnt dann gleich. Dem Dennis ein unqualitatives Genörde, zum Beispiel über Kondensatoren oder dem Film Das Boot. Dennis, bitte besser vorbereiten oder mal den Mund halten bei Themen, wo du keinen Plan hast, etc. Dann in der Spalte, mir gefällt beim Biertaucher-Podcast, waren da lokale Themen. Und dann so kleine Fragen lasse ich jetzt weg, ob die Shownotes benutzt werden, ob man ein Nerd ist. Und am Schluss kam dann noch, ich will, dass mein Feedback vorgelesen wird. Und da steht Ja. Und als Name ist angegeben, Dr. Clemens Mut. Der ist mit Sicherheit falsch. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wir stellen das dahin. Zweiter Eintrag, was ich immer schon sagen wollte, arbeitet an der Gesamtanscheinung. Logo, Webseite, Tonqualität. Wirkt alles viel zu nerdig und nicht ansprechend. Empfehle den entsprechenden Vortrag von der Subscribe. Ich soll das, ja, das war ein Anonymous, der das geschrieben hat. Was er am unnötigsten findet, sind die Huldigungen zu Beginn. Und was ihm gefällt ist, jeder kann da mal dabei sein. Ferner haben wir, was ich immer schon sagen wollte, ihr seid toll, macht weiter. Und das sagt uns der Robert aus Niederzieher, Anführungszeichen, Hurra, ich bin in einem Podcast, Rufzeichen, Anführungszeichen. Am unnötigsten findet er, dass manchmal zu viel Lärm im Hintergrund ist. Ja, das stimmt. Und es gefällt ihm, dass immer alle Spaß daran haben. Ja, vierter Punkt, vierter Eintrag ist, was ich immer schon sagen wollte, bitte werdet wieder kürzer werden. 60 bis 90 Minuten wäre gut. Habe schon öfter überlegt, den Biertaucher-Podcast aus meinem Feed zu löschen, als die Episoden zwei bis drei Stunden lang wurden. Das ist auch ein Anonymous. Und am unnötigsten findet er oder sie manche Leute, die glauben, zu jedem Thema eine Meinung abgeben zu müssen. Und dass er deswegen in der letzten... Aha, das kann ich jetzt nicht lesen, weil ich die Spalte zu klein gemacht habe. Okay. Und was ihm gefällt, dass jeder hingehen kann. Okay. Dann haben wir noch eins. Ja, was ich immer schon sagen wollte, war Prost. Und das Unnötigste ist der Teaser. Und was ihm gefällt, sind die Tech-Themen und natürlich die Velo-Mobil-Rubrik. Ah ja. Oh. Stimmt, haben wir auch so immer gutes Feedback bekommen. Dann vorletzter Eintrag ist, hallo Biertaucher. Habe euren Auftruf zum Biertaucher-Podcast gehört und denke, als Ex-Hörerin melde ich mich. Und zwar ist das die Anja Wagenknecht. Und was sie am unnötigsten findet, ist den alles besser wissenden Dennis. Und was ihr gefällt, ist den Dialekt. Okay. Ich hoffe meinen. Ich mache jetzt ein fragendes Gesicht. Das verbuchen wir noch zu deiner Plusseite. Okay. Und der letzte Eintrag, was ich euch immer schon sagen wollte, to.dem.long. Nur weil einem eine Anekdote einfällt, muss man sie nicht zum Besten geben. Punkt, Punkt, Punkt. Dies ist der Hopp. Und am unnötigsten findet er die Länge. Und ihm gefällt, wenn aktuelle, relevante Themen knackig abgehandelt werden. Ja. Knackig hat unsere schwächste Seite. Ja, aber passt. Okay. Und sonst vielleicht noch interessant. Bis auf einer, der sich nicht wirklich als Nerd fühlt, fühlen sich alle als Nerd. Und zwar entweder Ziemlich oder Option Forti-To-Rufzeichen. Und von acht Antworten haben wir zwei aus Deutschland, der Rest aus Österreich. Und beim Technischen, ein einziger outet sich als Ockhörer. Also der nicht im MP3-Format hört, sondern ein Ockhört. Ich möchte abschließen mit vielen Dank für das Feedback. Wir werden naturgemäß nicht alles umsetzen können und es nicht jedem recht machen können, aber ich bin nämlich... Und das Formular ist noch... Ist noch online, wird jetzt jede Sendung von mir aufgerufen und sobald es einen neunten Entrag gibt oder noch mehr, werden die wieder genüsslich, selbstgeißlerisch vorgelesen. Wir versprechen, wir feilen noch an dieser Rubrik. Ich glaube, dass wir ganz eine Länge vorlesen, das können wir noch eleganter lösen. Bitte, du darfst nächstes Mal... Aber es ist top aktuell. Also, ja. Okay. Ja, aber das stimmt. Ich meine, das mit der Webseite eleganterer auftritt und bessere Soundqualität. Ja, da ist immer Luft nach oben, würde ich schon mal sagen. Und mit der Länge, das ist so eine Sache, da bin ich mir selbst, das höre ich ja immer uneins. Einerseits höre ich auch gern knackig zusammengefasste, kürzere Podcasts. Andererseits, da kommt ein bisschen das Argument mit der Anekdote auch rein. So nach einer Stunde oder so, das habe ich, glaube ich, eh schon mal erwähnt, wenn die Konzentration ein bisschen nachlässt und wenn so ein bisschen das frei assoziieren, assoziieren irgendwie los schlägt, genau richtig und eine Synapse feuert und man muss irgendetwas erzählen, dann finde ich das auch gar nicht schlecht, weil ich bin halt so ein Anekdoten-Fan, weil, ja, um das alte Passwort-Narrativ irgendwie zu bemühen, ich mag Geschichten. Ich mag Geschichten. Ich mag, wenn die Nerd-Themen kompakt sind, damit ich nachher mehr Zeit zum Reden habe über Politthemen. Ja, das ist klar. Ich muss auch gestehen, ich mag, wenn ich viel rede und die anderen weniger. Alles sehr, sehr eng. Also es kommt immer sehr auf die Perspektive. Also im Prinzip kann man zusammenfassen, wir mögen alle gerne reden. Ja. Ja, das kann auch nicht. Sonst wären wir nicht hier. Sonst wären wir nicht hier. Ja, danke auf jeden Fall fürs Feedback. Trotzdem danke fürs Feedback, das gibt uns wichtige Anhaltsgute. Stefan, möchtest du auch eine Meinung dazu äußern? Welches davon hast du geschrieben? Die ersten vier. Ich hatte ja überlegt, das auszufüllen und war schon mittendrin und dann ist mir jetzt aufgefallen, ach, er hat es mir geschrieben, damit ich es lese, nicht damit ich es ausfülle. Du kannst gerne Feedback auch abgeben. Ja, dann mache ich das. Das ist doch was, okay. Okay. Gut. Nerd-Themen? Ach, Entschuldigung, Termine. Wir haben Termine. Nämlich welche, die Leiter dazu kommt, die ich nicht gesehen habe. Ja, ich suche immer noch einen Biertaucher-Podcast-Terminbeauftragten. Der hat einen Kalender verwaltet und mich dann auf die eigens eingetragen, weil Termine aufmerksam macht. Und die Steuern eintreiben. Wir haben im Kalender eingetragen die TEDx Vienna, 22. Oktober 2016. Ich darf dazu sagen, man kriegt noch um 100 Euro Karten dafür. Dankeschön. Und die Grazer Linus-Tage 2017 sind festgelegt worden für den 28. und 29. April 2017. Ja. TEDx, du warst doch mal dabei, oder? TEDx noch nicht. Ich habe mir ein TEDx Viewing angeschaut, aber ich muss gestehen, ich habe mir jetzt wirklich eine Karte gekauft. Wirklich? Okay. Ich wollte einmal ein TEDx erleben. Cool. Ich habe mir gedacht, dann kann ich viel nützlich im Biertaucher-Podcast-Terminbeauftragten. Du kannst kurz irgendwie sagen, also TEDx, wenn die Leute kennen, aber wie läuft so eine TEDx? Könntest du dann auch reden, dort oder jetzt? Nein, jetzt auf der nicht, da hätte ich mich schon früher aufstehen müssen. Muss man sich da so eintragen, genau. Also ich weiß nicht, ob die spontanen Sessions haben wie Lighting-Tags, das ist mir nicht bewusst. Aber ansonsten ist das einfach, man kann einreichen und die Themenvielfalt, also nur technisches oder? Nein, das ist immer Technologie, Entertainment, Design, also die haben immer auch Kunstvorträge auch. Okay. Ja, es gibt auch sehr schöne TED-Verarschungen, ich werde sie versuchen in die Shownotes zu bringen, also wo sich über dieses selber übergutmenschige und von sich selbst begeistert sein genüsslich lustig gemacht wird. Ja, das ist ein eigenes Format geworden, dieses Vortragen von TED-Talks. Aber das Nette ist eben, dass sie das TEDx, also dass sie das praktisch sehr liberal lizenziert haben und jetzt praktisch jede Gemeinde kann ihre eigene TEDx-Veranstaltungen machen, es gibt halt ein paar Vorgaben und haben das sozusagen wirklich geöffnet, weitgehend geopensourcet. Ich habe einen Zeitag am Tablet diese TED-Talk-App drauf gehabt und mir auch ein paar Talks angeschaut, aber dann noch nicht weiterverfahren. Stefan. Sind Sie ein TED-Talk-Schauerhörer? Ich stelle mir die ganze Zeit Frage, was ist das? Die Woche habe ich eigentlich gesehen, aber relativ selten eigentlich. Hin und wieder an meinem YouTube-Links, die auftauchen, da war ein TED-Talk darüber, wie man eine Keynote hält ohne irgendeinen Inhalt. Das war recht witzig, also es war ein Meta-Talk. Ja. Aber da glaube ich, würde ich den Link jetzt nicht mehr finden, weil ihr nicht wisst, wie ich eigentlich drauf gestoßen bin. Okay, also über Sekundär-Verlinkung. Sekundär-Verlinkung, ja. Weißt du, also in Anlehnung eben jetzt an die Keynote wieder von der WWDC, oder wie heißt das? Ja, ja, heißt das so. Die war ja gestern, glaube ich, nicht. Ich muss auch sagen, es gibt ein sehr schönes Feature auf der TED-Seite, dass du dir die Talks lokal downloadest. Zum Teil auch nur Audio, aber auch als Video. Und das ist schön, wenn du einen langen Flug hast ohne Internet, dass du das Handy vorher mit TED-Talks bespielen kannst. Das war nice, ja. Und dann hast du sowas, wenn du warten musst, hast du dann was Schönes zum Gucken. Und was ist jetzt ein TED-Talk? Es sind so Technologie-Konferenzen, wo dann Leute, die es sich sehr gut finden, zu interessanten Themen erzählen. Ach so, nicht TED, sondern Tech. T-E-D, Technologie, Entertainment, Design. Das gibt es ja drei aufhälter. Schau einfach mal nach TED-Talks. Okay, das ist ziemlich hart in der Zeit limitiert, ne? Ja, 20 Minuten, glaube ich. Gab es sogar nur 15? Nein, nein. Ja, aber mit Fragen oder so, ne? Zwei, zwei, zwei. Ja, also sie machen so, dass sie drei Talks in einer Stunde circa reinkriegen. Und es gibt auch noch kürzere. Ja, ja, das ist immer gern gesehen. Also es gibt so sieben Minuten oder fünf Minuten oder so. Also es ist recht knackiges Zeug. Ja, aber ist wirklich nett. Also es sind sehr aufbauende Talks auch zum Teil, ne? Ich habe noch zwei alte Sachen auszukramen. Das eine ist, ich war demonstrieren. Habe ich das letzte Mal eigentlich angekündigt, dass ich darüber reden werde. Habe ich aber nicht gemacht. Die Demo zur Netzneutralität in der Marie-Hilfe-Straße mit AK-Vorrat. Bravo. War ganz nett. Wir haben dort eine Spur der Marie-Hilfe-Straße gesperrt und nur die Leute durchgelassen, die reich genug ausgesehen haben. Im Hinblick eben auf Netzneutralität und zusätzliche Doppelbezahl-Services und so weiter. Also das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also wir haben mit relativ wenig Leuten relativ viel Aufwand. Relativ viel Impact. Ja, relativ viel Impact gehabt. Und haben die Passanten, die ihr da bemisshandelt habt, das irgendwie dann verstanden oder sich dafür interessiert? Oder war das eher zu eurer eigenen Belustigung? Teilweise doch. Sich interessiert auch, lustigerweise ist dort freiwillig niemand durchgegangen. Also es reicht mit zwei Bändern so eine Spur zu sperren auf der Straße und da geht dann wirklich niemand mehr durch. So tief. Ich glaube, wir müssen das dann wirklich sperren. Das muss man gar nicht machen. Da reichen so Absperrbänder. Und dann ist da wirklich eigentlich niemand mehr durchgegangen. Ja, alle sind drumherum gegangen. Sind alle rundherum, ja. Also die haben so, was ist da los? Und dann außen rundherum. Das war für die so ein Pulk, wo Menschen stehen und überall, wo Menschen stehen, geht man drumherum. Das können Musiker sein oder sonst was. Oder sonst was, nicht? Oder sonst was. Warst du auch da bei dir? Ja, ich war auch da. Und war das dann stationär nur dort oder seid ihr dann auch eine Route gelauscht? Nein, es war nur stationär. Okay. Aber ein Vertreter von dieser Musikverwerteragentur rausgekommen und hat nicht geredet? Das war ja nicht gegen Musik, oder? Nein. Ach, das war bei dem Gebäude von der... Nein, nichts Musikverwertung, sondern Telekom-Regulierungsbehörde. Sorry, von denen, ja. Aber nein. Es ist nur drumherum gegangen, da ein bisschen Aufsehen zu erzeugen. Nein, das hat extern niemanden interessiert. Nicht einmal die Polizisten, wie es gibt jetzt eine Zeit zurückgekommen. Das macht es nicht. Er hat auch eine Demonstration. Ah, ja, ist das angemeldet? Ja, da ist der Zettel. Und dann sind sie wieder weggegangen. Sie sind an den Rand gegangen und haben zugeschaut. Dann sind zwei weitere gekommen, wieder ganz aufgeregt. Ah, was ist denn da los? Was ist denn da los? Wir haben schon mit ihren Kollegen geredet. Na dann! Da haben sie wieder zuerst gestellt. Das hat zu wenigstens Polizeischutz gehabt. Ja, aber nicht die ganze Zeit. Die sind nach zehn Minuten alle abgehauen. Ja, wir haben auch keine Maske mehr. Und was du nicht mitbekommen hast, anschließend ging es noch irgendwo anders hin. Aber alles zusammengebaut. Du bist gerade in die Einrichtung gegangen und der ganze Pulk ist irgendwo anders in die Lokalität rein. Auf ein Bier oder wie? Nee, das muss ein Bürogebäude gewesen sein. Da muss jemand ansässig sein, der das wohl anorganisiert hat. Ja, auch kein Vorrat. Die Sachen zurücktragen war dann. Ach so, das war alles? Aber die sind alle mitgegangen? Ja, ja. Die passen dort leicht rein. So viele Leute waren wir nicht. Ich entschuldige mich für das Nicht-Mit-Gene. Ja, ausnahmsweise. Dann habe ich mitgeholfen, einen Bundestrojaner zu zerteilen. Zerteilen oder Zerteilen? Zu zerteilen. Ah, okay. Vor dem Justizministerium. Hast du ein Holzpferd zersägt? Die AK Vorrat hat dort ein Holzpferd zersägt, zerhackt und so weiter. Sehr gut. Weil leider auch relativ spärlich besucht war. Aber ich glaube Donnerstagvormittag oder Dienstagvormittag oder so. Schwieriger Arbeitszeit. Schwieriger Termin. Da ist auch weniger darum gegangen, da jetzt viele Leute hinzukriegen, als eher einen Medientermin. Und es hat eine Presseaufmerksamkeit, ein bisschen gezeigt und so. Also, er passt. Was war da ein genauer Anlass? Sie überlegen jetzt wieder Bundestrojaner oder wie war das? Die sind schon durch, glaube ich. Nein, es ist lustigerweise am gleichen Tag, am Abend dann vom Herrn Justizminister gekommen, dass vielleicht doch keiner, weil man wird jetzt die Einsprüche sich nochmal genauer überlegen. Vielleicht war das deine Demo, die die da zum Nachhängen gebracht hat. Selbstverständlich. Ich bin ganz sicher, es wird nur an mir gelegen sein. Was sonst? Ja. Garantiert. Nein, aber ich bin jetzt so der Berufsdemonstrant. Ich muss doch das nicht. Irgendwann einen Rally hinfahren, eine Runde demonstrieren, wieder einfahren. Das ist die Altlast. Und dann habe ich eine neuere Last. Das habe ich erst, glaube ich, gestern gelesen. Weil wir das U1 Skateboard. Wir haben ja hier mal, glaube ich, auch im Podcast von den Kastronauten geredet. Das ist so ein deutsches Podcast-Label. Ich glaube, der andere hat uns davon erzählt. Ist mittlerweile hinfällig. Die haben die Auflösung ihrer Firma bekannt gegeben. Jetzt nach eineinhalb Jahren. Eben, es trägt sich nicht finanziell. Details im Sendegate werden wir verlinken. Also Sendegate ist ein deutsches Podcaster-Forum, so ein Discourse-Forum, wo man sich anmelden kann und viel lesen kann und auch Fragen stellen kann zum Thema Podcast. Ja, auch für österreichische Podcasts. Absolut. Also diese ganzen, das von der Unsubscribe, was wir erzählt haben, von der Podcaster-Konferenz da in Wien, das wurde ja auch angebahnt aufs Ende geht. Und da sind wir eine relativ lange Diskussion dann drüber. Aber ich glaube, Sie haben dann auch immer wieder auf Fragen geantwortet, warum und so weiter. Und die Details dazu. Also Kastronauten löst sich auf. Und noch was Aktuelles, wo ich mich gewundert habe ein bisschen über die Summe. Heute, LinkedIn wurde von Microsoft gekauft. Und die Kleinigkeit von 26 Milliarden Dollar. Das habe ich gerade noch verpasst, weil ich habe die Vormeldung dazu noch gelesen, dass irgendwer Bedenken angemeldet hat wegen zu viel an Microsoft. Also ich habe ja gedacht, Yahoo wird jetzt verkauft, aber das zieht sich auch jetzt hin. Und dann macht es eben, zack, LinkedIn verkauft. Also gekauft. Wer will das? Microsoft. Es gibt schon diverse Witze dann so mit Clippy. Darf ich sie in meinem Netzwerk hinzufügen? Wir haben sie Freund von Clippy. Also auf Twitter gibt es aber ganz lustige Ziele. Clippy endorse your Microsoft. Ja, ja, genau. Von LinkedIn ins Minecraft. Ja, Clippy gelinkt in. Okay, schlecht. Das war nicht schlecht, tut ein bisschen weh. Noch eine Sache habe ich gelesen die Woche erst. Ich habe mir ja beschwert, dass sich nichts Neues tut, so bei 3D-Druck, wo ihr recht begeistert wart von der Maker Faire. Und ich habe gesagt, das haben wir alles schon mal gesehen und so weiter. Jetzt habe ich was gesehen, was ich noch nicht gesehen hatte. 3D-Druck mit Papier. Wie funktioniert das? Ja. Und zwar Schicht für Schicht Papier wird von dem Ding aufeinandergelegt und zugeschnitten und verklebt miteinander. Das ist aber auch schon Alterskennig schon. Ein Klebstoff-Schnitter hat dazwischen die Papierschichten. Bitte? Ja, also er schmiert Klebstoff dazwischen. Schmiert Klebstoff dazwischen, macht dann wieder die nächste Schicht. Und damit ist das Ding dann eben so ein Papier-3D-Objekt. Ja, ja. Kennt man ja eigentlich schon. Es gibt ja diese Papier-Pappkult-Skulpturen, wo dann immer Pappscheiben genommen wird und so geschnitten sind, dass es zum Schluss eine Skulptur aufeinandergelegt ergibt. Und das Argument von denen ist halt, dass die Kosten angeblich relativ niedrig sind, die Produktionskosten, weil sie eben Papier und Klebstoff nur als Grundmaterial haben. Ich denke, Papier ist auch eine Spur umweltfreundlicher, als das bleibt. Ja, aber dafür ist viel Klebstoff nicht. Und das ganze Papier, da müssen ganz schön viele Bäume, da bleibt ja auch viel übrig bei, wenn du dir so einen DIN-A0-Bogen nimmst und dann... Die sind ursprünglich, waren es DIN-A4-basiert und jetzt ist es eine Papierrolle. Und damit behaupten sie, wenig Verschnitt zu haben, weil sie immer rechtzeitig zuschneiden, sozusagen immer nur auf das, was das Objekt gerade braucht. Das ist so eine Argument. Und wenigstens hast du als Wegfallen wieder nur Altpapier, was du erzeugst. Also das ist so die Idee. Aber fand ich ganz nett, dass das geht und schaut auch recht manierlich eigentlich aus, was da rauskommt. Also ich glaube, es ist nicht so die super Auflösung, wie es jetzt schon geht mit diesem Spritzguss da. Also Spritzguss ist nicht, aber mit diesem... Das ist ja noch inzwischen auch nicht mehr besonders tolle... Ja. Also Sintern gefällt mir immer noch am besten. Das ist ja im Prinzip wie Papier, nur dass das keine Papierscheiben sind, sondern Pulver. Also das habe ich ganz nett bekommen. Hast du noch Nerdiges? Nerdiges hätte ich noch den Reaper. Was ist der Reaper? Der Reaper ist eine DAW, Digital Audio Workstation Software. Ist in den Podcaster-Kreisen relativ bekannt, weil da gibt es eine Addon-Software namens Ultraschall vom Ralf Stockmann und so weiter gebaut, die dann wirklich auf Podcasting total zugeschnitten ist und auch designmäßig sehr viel da gemacht worden ist. Da habe ich auf dem Team-Drittlauf ein bisschen Werbung dafür gemacht, auf dem Unsubscribe. Und seit der Unsubscribe in der letzten Woche ist eine neue Version rausgekommen, sodass das Ding sowohl unter Apple als auch unter Windows Feature-Ident ist. Also da gibt es eine neue Version jetzt, ich glaube 2.2 ist die Version und das sind Feature-Ident, aber nichts mit Linux. Aber es wurde auch gesagt, angeblich tut sich da was mit der Linux-Entwicklung von Reaper. Also habe ich ein bisschen recherchiert und siehe da auf der Webseite der Firma, deren Name ich vergessen habe, weil ich den Link da mir nicht auf den Zettel geschrieben habe, kann man sich so einen Developer, einen Release-Kandidaten runterladen und mit relativ viel herumgenudelt habe ich ihn dann zum Laufen gebracht. Er kennt noch nicht meine Audiokarte, also ich kann es noch nicht wirklich verwenden, aber es startet schon mal. Also es geht in Richtung Linux-Version? Es geht in Richtung Linux-Version, sie arbeiten daran, ja. Ich muss dazu sagen, es ist keine freie Software, aber sie ist relativ günstig zu erwerben. Ja, also es ist ein zweistelliger Dollar-Betrag war es. Ich glaube, es ist sogar unter 50. Also es ist nicht arg teuer, die Geschichte. Und Reaper läuft sowieso schon in Wine recht gut, nur die VST-Plugins sind zum Teil nicht besonders tolle. Und das wäre dann eben native. Ja, auch dann mit VST-Plugins? Aber das tut sich was. Also ich finde das ein positives Zeichen, dass ich jetzt einige Sound-Software dazu entschlossen habe, auch Linux-Unterstützung zu bringen. Ich bastle ja hin und wieder ein paar Sounds mit diesem Bitwig, das so ein Ableton-Klon ist aus einer Berliner Software-Schmiede. Kostet jetzt auch nicht die Welt, ich weiß nicht, an die 250 Euro mit Studenten-Lizenz irgendwie bezahlt. Und tut und macht und ist gut. Und wer es ganz frei haben möchte, den gibt es ja noch immer Adur, den kannst du dich da reintigern. Also in Sachen Audio ist es lustig. Also Adur habe ich nie zum Laufen gebracht. Da war Reaper in Wine wesentlich einfacher. Gar nicht auch mit dem Original-Paket-Quell, wenn du so etwas unter DDM-P... Fürchterlich. Also Adur 2 und 3 habe ich ausprobiert. Zum Schluss bin ich bei Odessity geblieben. Ich habe ja meine ersten Soundstücke noch mit so einer super proprietären Windows-Software geschraubt. Fruity Loops, kennst du das? Na. Ja, es ist aber nichts Unbekannt. Da gibt es auch so einen Linux-Klon, der frei ist. Nennt sich LMMS Linux Multimedia Sound-Sense. Ich weiß aber nicht, ob es ist. Und das lehnt sich an Fruity Loops ziemlich an. Da habe ich auch ein bisschen gepasst. Das war aber noch nicht so weit. Da weiß ich nicht, wie weit das Projekt noch super aktiv ist. Was denn, ob ich das hier erzählt habe oder nur auf der Unsubscribe? Adur 4 und der Ubuntu 16.04 läuft bei mir ohne Probleme. Und auch das Studio Link Plug-in läuft jetzt drinnen. Also Studio Link ist so... Da habe ich glaube ich einmal drüber geredet. Das ist nicht zum Laufen gebracht. Mittlerweile habe ich es zum Laufen gebracht. Und wir hatten dann auch noch ein bisschen ein Problem unter Linux, dass es bei einem mit einer Bibliothek Konflikte gegeben hat. Und das hat dann der Entwickler vom Studio Link sehr schnell behoben. Ich glaube, innerhalb von zwei Tagen kamen dann neue Versionen raus und das hat funktioniert. Also das war ziemlich cool. Adur 3 und 4 habe ich natürlich, nicht 2 und 3. Jo. Das war Reaper und Adur und so. Ich habe Generde, also Tech-Generde zum Thema YouTube-Videos machen, die so wie eine PowerPoint-Slideshow funktionieren. Und zwar habe ich das jetzt gemacht für dieses Code Camp in Irland, so ein kleines Werbevideo. Und ich bin zuerst so vorgegangen, ich habe mit Audacity einmal gesagt, was ich sagen wollte. Und dann zu der Tonspur, dann habe ich mir so praktisch Slides gebastelt. Ich habe dazu aber Inkscape verwendet, was nicht so ganz ideal war, ich hätte wahrscheinlich LibreOffice direkt verwenden sollen. Das ist so ein Vektor-Mahlprogramm. Ja, und dann noch Screenshots gemacht mit Katzahn. Und zwar nicht Screenshots, sondern ein Screencast, also eine scrollende Webseite gemacht. Und das Ganze dann zusammengemischt mit PIT-TV, dem Video-Editor. Und da ist jetzt sowohl Inkscape, Slides und Schrift reingebaut, als auch meine Screencasts, als auch andere Videos, die ich schon gehabt habe. Und das dann auf die Audiospur angepasst. Und ja, Resultat kann man sich anschauen auf der Spielen-Programmieren-Homepage. Was ich gemerkt habe, also richtig gut wirkt es nur, wenn man wirklich zu jedem Satz, den man spricht, mehrmals pro Sekunde das Bild wechselt. Also, dass jedes Bild wirklich so jedes Wort oder jeden Gedankengang demonstriert. Das war mir ein bisschen zu viel Arbeit. Ich habe dann so circa zwei Sekunden immer ein Bild oder eine Filmsequenz gehabt. Aber ich war erstaunt, dass es relativ gut geht und war vor allem sehr begeistert von dem Katzahn. Ich habe sonst mit GTK Record, My Desktop, gearbeitet für Screencast. Und dieses Katzahn hatte eine hübschere User-Experience. Also für Screencast nur eine hübschere Software. Ja, ja, ja. Und auch so war recht angenehm, dass der ganze Workflow und mit freier Software recht gut kann. Und mit TV, hat sich das gut getan? Ja, da habe ich nur einmal kurz googeln müssen. Es gibt ein Icon, was am rechten Rand ist, was aber für mich nicht selbsterklärend war, dass ich, wenn ich einen Filmschnipsel reintue, dass ich dessen Audiospur entkoppeln kann und löschen. Ich wollte nur den Film und nicht das Audio vom Film. Und die Funktionalität war da, aber es war nicht selbsterklärend. Okay, da warst du einmal nachrecherchiert. Habe ich einmal nachrecherchiert, sondern sonst ist es relativ... Einmal ist man, glaube ich, abgestürzt in einer Stunde arbeiten, also das war okay. Und hat recht gut funktioniert, ja. Also ich war angenehm überrascht. Cool. Man braucht keinen Windows Movie Maker, um kleine Filmchen zusammenzuschnipseln. Cool. Ich bin mal fertig mit dich. Wow. Ich habe jede Menge andere Themen. Mit dich? Ach so, doch, natürlich. Genau, auch richtig. Ja, die letzte Woche habe ich am Ende angesprochen, Virenscanner. Man soll es deinstallieren, weil das das Haupteinfallstor jetzt wird. Was ich völlig vergessen hatte, dass das auch geht und auch vorwarnen sollte, ist, Virenscanner deinstallieren, weil inzwischen bringen sie sogar die Viren selbst mit. Also erst heute gelesen, der erste Virenscanner, der ein Virus mitgebracht hat. Ja, beim Update direkt ein Virus mit dabei. Super. Das wollen wir ja haben. Ja, egal, ja. Also, naja, ich bin auch, also wie gesagt, ich bin ein bisschen gebrannt in der, von Arbeitswegen habe ich mit verschiedenen Virenscannern immer zu tun gehabt und das ist dann besonders ein Problem, wenn in Windows-Infrastrukturen Software ausgeliefert wird über eigene Software-Server und dieser Software-Server aber eines Tages weg ist. Damit fehlt nämlich auch das Deinstallationspaket und damit ist man eigentlich, sollte man, ich habe lange überlegt, sollte man aber nicht, man sollte neu installieren und sich das nicht antun, weil man kriegt es nicht sauber weg. Und Finger weg von Softwaren, die irgendwas, aber das ist, glaube ich, der Package-Entferner. Ja, ja, also das sollte man, das ist vielleicht, aber das gehört in Richtung gesunder Menschenverstand, aber ich sage es trotzdem nochmal, Package-Entferner, Finger weg, die versorgen das Ganze noch mehr. Ja, ja, meistens. Ja, Tipp. Hint. Ich habe was nicht Technisches, was Politisches. Ich bin am Schottenring spazieren gegangen heute Mittag und dann lief mir eine sehr elegante Frau über den Weg, begleitet von einem älteren Herrn und dann habe ich die freundlich angeredet und habe gesagt, ja, grüß Gott, sind Sie nicht in der falschen Stadt? Aber der ältere Herr hat gesagt, nein, nein, er ist schon richtig hier und ich wollte Sie dann beide zum Biertaucher-Podcast einladen, aber weder die Sarah Wagenknecht noch der Oskar Lauf und denen haben sich wirklich darum gekümmert und sie haben zu tun gehabt. Weil ich habe mich gefreut, dass die am Schottenring rumlaufen. Ja, cool. Und ich habe geglaubt, du hast uns getroffen. Ja. Aber wir haben uns auch getroffen. Genau, ja. Wir waren im Kino. Ich war schon ein bisschen K.O. nach, ich weiß nicht, elf Stunden Arbeit oder so. Am Anfang schon ziemlich gedöst. Du warst wacher, glaube ich. Ich war wach, ja. Also ich habe dazu aufgerufen über Twitter, wer sich mit mir einen intellektuellen Umweltschützer-Film anschaut, nämlich Tomorrowland, oder? Ah ja, das habe ich. Die Welt ist voller Lösungen. Und Feelgood-Film hast du geschrieben und das hat es auch ganz gut getroffen. Ja, ja. Und ja, dann bist du zu meiner großen Überraschung, bist du darauf eingestiegen und sogar deine Freundin, ne? Ja. Und wir haben uns den gegeben und ja, war ganz nett. Ich meine, ja, es sind halt kleine Episoden, aber es zeigt sich, dass halt sich doch manche bemühen, alternative Lösungen zu finden. Relativ viele Städte sind genannt worden, die sich in Umweltschutz, in Nachhaltigkeitsthemen, in sozialen Themen engagieren und versuchen halt Lösungen zu finden für die eh bekannten Probleme. Ja. Also war von französischen Filmmachern, war sehr französisch zentriert und Grundvoraussetzung war halt, das waren so Filmemacher, die jetzt halt nicht einen Negativfilm drehen wollten, es ist alles so schlimm, sondern halt zeigen wollten, was kann man machen, um den großen Menschenheitsproblemen zu begegnen und da haben es halt dann versucht, Beispiele herauszubieten. Von Urban Farming in Detroit bis zu Solaranlagenplantagen in Reunion. Und ja, es war ganz nett, auch über Regionalwährungen kamen vor. Also es war ein ziemlich breiter Themenmix und immer wieder nette Gesprächspartner. Es war Bildung als Kapitel mit Finnland. Ja, Demokratie war, dann Wirtschaft, ja, vor allem Landwirtschaft sehr viel, Kleinbauern, Umweltschutz, Permakultur, Umweltschutz, Energie, Alternativenergie. Sehr viele Themen, war ein relativ langer Film, ich glaube über zwei Stunden. Nichts Belangloses, sondern sehr nett, aber so ein bisschen viel guttouch hat er schon gehabt. Aber ich glaube, das wollten es auch, es gibt ja genug Dokus, wo du dich nachher schlechter fühlst. Und das war wirklich so, dass, ja, okay, man kann was machen, man muss halt ein bisschen genau schauen, wer da was macht und so. Und Homepage zum Film, einfach Tomorrowland, der Film, oder Lödema, der Film. Ja, ich finde gut, also dass es mal wirklich noch positive Seiten aufgreift, ist lobenswert. Das geht einem manchmal heutzutage wirklich ab. Wir waren ja auch im Kino, Stefan. Ja, wir waren auch im Kino. Jeder geht mit dem Stefan ins Kino. Da geht man nicht ins Kino. Na, nicht nur ins Kino. Wo waren wir gemeinsam? Wir waren auf der Demo. Stimmt, wir waren auf der Demo. Ohne Stefan und Stefan. Und mit Anna nimmst du Podcast auf. Erstens. Vielleicht sollte ich langsam wieder mehr arbeiten. Bloß nicht. Mit der Anna haben wir eine neue Podcast-Episode aufgenommen. Montag letzte Woche mit der Laura Cetano über RealScore Summer of Code. Ich weiß nicht, ob wir das erzählt haben. Haben wir das letztes Mal? Ja, ich glaube nicht. Die ist schon online, die Episode. Die ist online, ja. Sehr gut wird gehört. Ja, super. Die ist, ja, die ist seit Freitag online, genau. Und da geht es relativ ausführlicher Stunde um das Thema rundherum. Wer kann sich wie bewerben? Was ist das Reglement? Welche Projekte machen damit? Das ist auch eine ziemlich große Liste von Projekten, große bekannte Projekte wie RealScore. Die war jetzt involviert in Summer of Code? Absolut. Die arbeitet für die Travis CI. Das ist, also Travis ist eine Firma, die an und für sich sich um Continuous Integration Services verdient gemacht hat und sponsert eben dieses Race Class Summer of Code Projekt und sie arbeitet halbtags remote aus Wien für diese Berliner Firma, um sich eben um Race Class Summer of Code und die ganzen Vorbereitungen und dann die Betreuung und auch Nachbereitung von dem Projekt zu kümmern. Ist also der totale Experte dafür und konnte daher auch wirklich aus erster Hand sozusagen berichten, was die Ziele sind und so weiter. Und das ist Projekt, jetzt sind es gerade dabei, dass sie die, also die aktuellen Projekte sind jetzt evaluiert und jetzt werden es dann auch publiziert, wer genau in welchem Team, in welchem Projekt arbeitet und so weiter. Und das ist dann so Juli, August, September, drei Monate, arbeiten dann jeweils zweier Frauenteams mit Coaches und mit Betreuern aus Open Source Projekten an Open Source Projekten. Mit Bezahlung, damit sie eben sich das auch wirklich leisten können, in der Zeit fulltime sich dafür zu exponieren und das voll zu machen, was natürlich auch nicht einfach ist, weil es ist gedacht eben, dass man zwar ein bisschen Programmiererfahrung schon hat, aber dass man noch nicht in dem Bereich gearbeitet hat. Und es soll einen so ein bisschen halt in die Welt reinbringen, was das heißt, zu kollaborieren in größeren Projekten und in größeren Teams und auch teilweise remote und wie das alles so ausschaut. Und auch dann ein bisschen so weiter vorzubereiten, wie das weitergehen kann dann in Richtung Arbeitswelt, dass man eben sagen kann, man hat mit seiner Erfahrung halt auch schon an einem größeren Projekt mitgearbeitet und dann auch so kleine Incentives, wie dass die Leute auf Konferenzen geschickt werden, dass sie das auch einmal sehen, erstens, wie so Konferenzen ablaufen. Um Nachwuchs in die Szene reinzuholen. Absolut, ja. Und Nachwuchs klingt jetzt so irgendwie so nach nur Junge, das ist aber ein nettes Reglement, also im Prinzip so ab 18 aufwärts Open End, aber eben um neue zusätzliche Frauen reinzukriegen in die Szene. Ja, und sie haben immer so um die 30 Teams, wenn ich mich richtig erinnere, also durchaus eine ganze Menge Frauen, die da jetzt neu dazukommen und jeweils dann auch mit Coaches und Trainern sind da einige hundert Leute involviert jedes Jahr. Also das ist so ein richtig ernsthaftes Projekt, das da einiges weiterbringt. Und was ist Voraussetzung, dass man bei Summer of Code mitmachen darf? Also musst du Frau sein? Ja, es sind einige Voraussetzungen. Du musst also schon ein bisschen programmiert haben, du musst also nicht absoluter Anfänger und du musst ein Projekt finden, wo dich jemand betreut. Du musst lokale Trainer finden, also lokale Coaches. Also du musst da deine Coaches und dein Projekt selber suchen. Auch selber. Du kannst nicht sagen, nimmst du nicht. Genau. Und du musst auch ein Motivationsschreiben dazu abliefern und du musst ein bisschen Coachen selber geschrieben haben, den musst du auch einreichen. Also du machst so richtig eine Bewerbung, einen Bewerbungsprozess. Und du musst auch eine Partnerin haben, also alleine bewerben geht auch nicht. Also es sind immer zwei Teams. Also es müssen zwei Leute? Es müssen immer zwei sein und die zwei müssen immer aus der gleichen Stadt sein auch, dass die auch kooperieren können vor Ort, dass man nicht alleine da vom Computer versammelt. Und manche falls einer ausfällt. Nein, überhaupt nicht ausfällt, sondern dass man kooperiert einfach. Also wirklich auf PR-Programme? Genau, dass es als Paar abgehandelt wird. Und auch die Coaches müssen eigentlich lokale Coaches sein. Also nicht alle, aber zumindest ein Paar. Sodass man eben nicht alleine da vom Computer jetzt vergammelt sozusagen und nicht weiß, wie man weiter tun kann. Und sie machen dann eben auch Abstimmungen, also jetzt im Sinne von sich abzustimmen im Team mit dem Projekt, wie man vorangeht und betreuen das auch gut und bereiten das auch gut auf. Also sehr schönes Projekt. Ich schätze sicher eine der tolleren Google-Projekte, weil sie da wirklich viel für die Open-Source-Community tun. Ist nicht Google. Ist Travizial. Es ist Rails Girls Summer of Code. Es ist nicht Google Summer of Code. Ah, sorry, sorry. Das sind getrennte Projekte. Okay, das ist jetzt rein Rails Girls Summer of Code. Das ist rein Rails Girls Summer of Code. Hat aber, obwohl es so klingt, nichts mit Rails zu tun. Es hat nicht einmal was mit Ruby explizit mehr zu tun. Also das sind auch mittlerweile… Das heißt, ich könnte ein Python-Projekt versuchen. Es sind Python-Projekte dabei, JavaScript-Projekte dabei. Es sind auch teilweise so allgemeinere Projekte wie, wie schreibt man Guides, um nächste Leute wieder reinzukriegen. Super, ja. Also ganz, ganz gemischtes Projektprogramm ist da recht interessant. Aber es gibt mittlerweile die Liste der Projekte, noch nicht die genauen Personsordnungen. Die werden wir auch verlinken oder haben wir auch verlinkt schon in der Episode. Und einige neue Projekte, die ich auch nie kannte bisher, dass es die gibt. Also ich habe nicht gewusst, dass zum Beispiel GitHub sich um Schulklassen bemüht und dass es da auch eben Verwaltung gibt, dass man eben ganze Schulklassen mit Accounts einfach versorgt und so weiter. Cool. Ja. Ich gratuliere, dass du so leihwande Podcasts machst mit so leihwande Gästen. Ja. Warst du denn das gelernt, dieses Podcasts? Ja. Das kann nicht bei uns gewesen sein. Wollte ich gerade sagen. Das mache ich ja viel länger. Sonst könnte ich es auch inzwischen. Man lernt aus Fehlern. Sehr gut. Ja, cool. Da muss ich gerne noch was erzählen. Diese Software, die wir da verwenden, dieses Jekyll Octopod, das ich da ja jetzt auch betreue, ist in der letzten Woche, glaube ich, auf zwölf unterschiedlichen Ruby-News-Seiten gelandet. Cool, war schön. Also es hat sich richtig aufgefühlt. Stefan wird berühmt. Ja, total. Das sind meine 15 Minutes auf Internet. Kriegst du schon Geschenke und so? Leute schon der Postbote und kommen so Torten aus Usbekistan. Nein, das ist nicht. Aber es ist sehr nett, eben so internationales Feedback zu kriegen. Das ist ganz lustig. Ich habe schon Pull-Requests aus Deutschland gehabt und so. Super. Ich habe gemeldet, ja, das funktioniert nicht so bei ihm. Er meint so und so. Und dann gleich eingearbeitet und so. Cool. Toll, ja. Ich glaube, tut sich was. Schön. Da schauen wir belemmert wie ein nicht so berühmter Biertaucher. Ja, ich bringe dir Science-Fiction im Park. Ja, du hast es zu Ende, oder? Da haben wir euch angeschaut. Ist mir flüstern. Ist mir flüstern. Ja, genau, richtig. Weil es gibt auch einen ganz leisen Film. Nennt sich Quiet Earth. Das letzte Experiment. Unter Produktionsland steht Neuseeland. ist ein Film aus dem Jahre 1985. Und die Handlung lässt sich eigentlich kurz so anteasern, weil es einem bekannten Muster auch folgt. Ein Mann wacht auf nach einem anscheinend langen Abend und ist alleine auf der Welt. Ganz alleine. Fährt durch die Städte. Auf der Welt. Seht's nicht. Ich muss zubringen, ich bin eigentlich nur deswegen hingegangen, weil der Dennis gesagt hat, der wird euch nicht gefallen, der Film. Das ist eine Herausforderung. Das schaue ich mir jetzt an. Also mir hat er total gefallen. Ich hab's gewusst. Ich wollte euch nur dazu bringen. Das hat funktioniert. Das hat ein Plan funktioniert. Na, der war echt sehr nett. Also ist das dann so ein Post-Apokalyps? Oder weiß man nicht, warum die Erde Menschenlehr ist? Das kommt so raus. Genau. Aber nicht verraten. Ich hätte noch nicht mal verraten, dass es herauskommt, weil ich finde das allein schon spannend, dass man noch gar nicht weiß, am Anfang des Films, dass man es eher wirklich mal erfährt. Ja, genau. Das nimmt schon ein bisschen Spannung am Anfang. Ich hab relativ lange dann gezweifelt, ob das, was man erfährt, überhaupt stimmt. Ja, genau. Damit spielt der Film, glaube ich, auch ein wenig. Ja, das ist gut. Und ja, also ich fand ihn auch sehr, sehr gut. So das letzte Drittel und so, da nimmt es ein bisschen Tempo raus, aber tut dem Film keinen Abbruch. Und ich fand ihn einfach sehr schön so, gerade am Anfang oder so, wenn er so, es ist ja bei so diesen Filmen, dass er sich zuerst sogar ein bisschen vielleicht nicht freut, aber damit gut umgehen kann und dann doch irgendwie ein bisschen dem Wahnsinn anheim fällt zwischenzeitlich. Das fand ich sehr schön gezeigt durch diesen Hauptdarsteller, den Bruno Lorenz. Ich habe ihn leider in anderen Bekanntenrollen, ich habe ihn nachgeschlagen, habe ich ihn jetzt nicht gefunden. Ich finde auch am Anfang, aber er hat ein bisschen ausgeschaut wie der junge Klaus Löwitsch. Also kein einziger Schauspieler auf der Liste ist in irgendeiner Reise sonst bekannt. Ja, sonst bekannt. Aber der Film ist gut, den kann man sich wirklich sehr, sehr gut anschauen, ist eine absolute Empfehlung und dort halt noch dazu in diesem Setting. Und was ich, also von Science Fiction im Park war das einfach ideal. Und auch ein Film, wo es jetzt keinen, für mich zumindest jetzt keinen großen Abbruch getan hat, den auf Deutsch zu sehen. Es hat jetzt auch sehr gut funktioniert. Also trotzdem gut. Ja, weil du hast dann relativ wenige Sätze. Er hat eh niemand zu am Reden. Aber genau richtig. Aber es wirkt dann, die deutschen Sätze in der Synchro auch teilweise lustig und gibt dem Ganzen jetzt keinen, tut ihm keinen Abbruch. Also das war wirklich ein schönes Film-Erlebnis. Er hat mich auch ein bisschen erinnert, ich meine, da ist er nicht ganz allein, vielleicht nur am Anfang wird er so angedeutet, an diesen alten Filmen Omega Man, mit dem Charlton Heston. Das ist auch so, zumindest am Anfang, wenn er durch die Stadt so ein bisschen hat und beschrungen ist. Und trommeln als Hintergrund. Ja, ja, vor einem Jahr genau dieselben. Wir sind wieder in der Nähe von einer Musik-Uni, oder? Von einem musikwissenschaftlichen Institut und da unten probt dienstags immer die Gruppe. Immerhin, wir hatten schon unmusikalischere Störgeräusche. Ja. Also hochqualitatives Störgeräusche für unsere Filme. Musikalisch. Ich weiß auch nicht, ob wir sie drauf haben. Du warst zufrieden mit den Filmen. Ja, es war ein perfekter Abschluss. Ich war dieses Jahr ja, es waren ja zehn Filme, aber ich war nur zu zwei Filmen dort und das waren eigentlich, also Blade Runner und der Film. Und das war, und gerade auch dieser, dieser Quiet Earth war für mich so, dieses Essenz von Science Fiction im Parker-Leben, wo ich mir gedacht habe, ach, herrlich, war ich wieder dort. Und am nächsten Tag hättest du noch gespielt von Brian T. Palmer, dieses Mission to Mars, aber da konnte ich mich dann nicht dazu entschließen, weil, ja, ich habe so Bauchweh bei dem Mission to Mars. Das schaue ich mir irgendwann mal an, weil Brian T. Palmer interessiert mich prinzipiell schon, aber ich glaube, das war eher so ein schrottiger Blockbuster. Ja, der war schlecht. Ich hatte das Gefühl, aber jetzt schauen wir mal. Also ich mochte den Film nicht. Ich habe das Ende nie gesehen, weil ich nach zwei Dritteln oder nach drei Vierteln abgeschaltet habe, weil der Film... Ja, das sagen viele. Ich habe für mich auch. Besonders im letzten Hälfte wird er dann irgendwann so blöd. Ja. Also... Kann man sich ja irgendwann mal so anschauen. Ja, wenn man unbedingt will. Ich habe dieser Tage auch einen Film angeschaut, da habe ich das Ende auch nicht. Porträt of a Zombie, habe ich mir angeschaut. Das war... Ich kann den nicht empfehlen. Also irgendwann habe ich den einfach nur abgeschaltet. Ja. Es gibt selten Filme, wo ich einfach so abschalte. Ich auch. Also bei mir ist das schon ein großes... Muss schon ganz schön schlecht sein, dass ich... Also Quiet Earth würde ich mal anschauen noch einmal, wenn ich mir nicht grundsätzlich Filme nicht nur einmal anschauen würde. Ja, das ist doch... Der war okay. Ich muss ihn nach ein paar Jahren auch mal wieder sehen. Das ist bei mir auch schon ewig her. Ja. Ich hatte einen Erfolgsernehmens. Ja, das muss dokumentiert werden. Das musst du dir anhören in schlechten Zeiten. Genau, ja. Und zwar habe ich es zusammengebracht, einen bürokratischen Vorgang erfolgreich abzuschließen in Wien. Und nämlich für das Code Camp in Irland wurde verlangt von irischen Eltern ein Anti-Kriepness-Zertifikat. Also dass ich kein verurteilter Sexverbrecher bin oder sonst in irgendeinem Polizeieintrag habe, dass ich irgendwas Seltsames mit Kindern gemacht habe. Und das gibt es mittlerweile. Das ist ein europäisches Formular. Da steht, also in unserer nationalen Polizeidatenbank liegt nichts gegen ihn vor und er ist deshalb geeignet, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Das ist ein zweisprachiges Formular, das kriegst du auch in Österreich. Und ich habe mir auf help.gv.at, der österreichischen Bürokratiewegweiserseite, mir angeschaut, wie das heißt, was ich für Voraussetzungen habe, was ich mitnehmen muss, um dieses Formular zu kriegen. Unter anderem brauche ich eine Anforderung schriftlich vom potenziellen Arbeitgeber, der mich beschäftigen will. Das war in dem Fall ich selber, weil ich ja selbstständig bin. Und ja, habe ich mir selber eine Anforderung an mich selber geschrieben, dass ich das brauche und so. Und mit allen meinen Dokumente... Ja, dann habe ich noch eingegeben, meine Postleitzahl, wo ich wohne. Darauf hat mir help.gv.at ausgespuckt. Ich soll mich begeben in die Pappenheimgasse und die Polizeihauptquartier. Und dort kriegt man um 8 Uhr Öffnungszeiten und so kriege ich das. Und ich marschiere mit meinem selbst angeschriebenen Arbeitsgeberanforderungszeugnis, mit meinen Papieren. Punkt 8 Uhr stehe ich vor der Tür, marschiere in den ersten Stock, bin der zweite und vor mir kommt eine wütende Frau ausser aus dem Zimmer. Und ich schaue, weil an dem Zimmer steht groß, Waffenscheine und polizeiliches... Führungszeugnis heißt das. Ein Strafregisterauszug ist der deutsche Ausdruck. Und Strafregisterauszug nicht möglich. Mit orangem Filzstift geschrieben auf Papier und hinbiegt. Ich habe es fotografiert. Und dann bin ich hoffnungsvoll hineingegangen und habe gefragt, ich habe es schon gesehen, Strafregisterauszug geht nicht, aber vielleicht internationaler Strafauszug... Entschuldigung, wie heißt das? Führungs... Nicht Führungsstrafregister. Was habe ich vorher gesagt? Dieses Papier... Creepiness Paper. Dieses Creepiness Paper für Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Das gibt es auch nicht. Und dann hat es mich so angeschaut, als nicht nur, ob ich hinter der Mondrückseite wohne, sondern auch, ob ich dort irgendwas Unabhängiges ausgraben habe und jetzt in ihre Amtsstube tragen habe. Da hat es gesagt, nein, ich habe ja extra Acetal hingehängt, das es nicht gibt. Und ich habe dann gewagt zu fangen, ja, vielleicht an einem anderen Tag oder so, weiß ich nicht. Dann war die Steigerung, wo soll ich hingehen? Woher soll ich das wissen? Dann habe ich vorgeschlagen, ja, könnten Sie das vielleicht auf HelpGV.at hinschreiben, dass man das bei Ihnen gar nicht kriegt, weil die haben mich hingeführt. Und dann haben sie mich wirklich so mit der Scheibenwischer-Gäste angeschaut, also sie haben es nicht gemacht, aber halt so, mir nonverbal zu verstehen geben, dass ich wirklich ein bisschen schwach vom Begriff bin, haben gesagt, nein, sind wir die Gemeinde Wien, wir sind ein Innenministerium. Ja, und auf die Frage, was soll ich jetzt machen, haben wir uns dann geeinigt, dass ich eine Visitenkarte gekriegt habe, genau von der Abteilung und gesagt, rufen Sie halt jeden Tag an, ob es dann geht. Und ich habe mich nicht mit I will be back verabschiedet, sondern mit Sie hören von mir und bin wütend abgestampft. Und dann habe ich schon gedacht, das gibt es ja nicht, der in Irland braucht das, der will die Homepage aufbauen, wir wollen Kunden generieren und ich scheitere da an meinen blöden Pappenheimgassen. Polizei auf Quartier. Du kennst deine Pappenheimgassen. Habe auf der Homepage vom Innenministerium zu Hause noch einmal nachgeschaut, habe die im Innenministerium angerufen, wurde verbunden in dieses Amt für Strafregisterauszug und habe dann dort noch einmal eine Nummer gekriegt und dann habe ich da angerufen und meinen Fall erklärt und habe gesagt, ach so, na, funktioniert eh. Und ich habe gesagt, na ja, Pappenheimgasse haben gesagt, das funktioniert nicht, aber es renten die, na. und so, na, ich weiß nichts davon, dass das nicht funktioniert. Und dann habe ich gemeint, na ja, wenn sie mich jetzt woanders hinschicken, woher wissen sie dann, ob das dort auch funktioniert? Und ich habe gemeint, na schauen Sie, ich schaue gerade, na, bei mir funktioniert es, aber bei mir kriegen sie es nicht. Und dann haben wir uns, wir hatten uns einen gewissen Schmäh drauf gehabt. Na, ich habe das versucht, mit Humor zu nehmen und dann habe ich rausgekriegt, also ich muss gar nicht zur Pappenheimgasse gehen, obwohl ich im zweiten Bezirk wohnhaft bin. Ich kann auf jede Polizei Hauptquartier gehen, die das ausstellen kann, also Polizei, Bezirksamt oder so heißt das. Und wurde dann verwiesen auf den Deutschmeisterplatz, das ist bei der Rossauer Kaserne in der Nähe, gehe dort, sie waren mittlerweile dann schon 11 Uhr und heiß, gehe dort hinauf, komme schwitzend im ersten Stock an und da stehen lauter sehr leicht begleitende Damen aus Osteuropa und daneben war es ein Schild, also Prostitutionsangelegenheiten und ich habe gedacht, na, da will ich jetzt nicht warten, aber dann habe ich das gesehen, was in Wien das Allertollste und Leibernste überhieß, überhaupt ist in einem Amtshaus eine Tür, die war verschlossen und drauf stand ein Schild, bitte nicht klopfen und ich mache sie auf und bin in einem Raum und jetzt kommt, stellt euch das vor, schwitzend, schon die mühseligen und beladenen gesehen, aber ich komme in einen Raum und nicht nur, dass ich nicht klopfen habe müssen, der Raum war noch einmal so ein Vorzimmer mit lauter Türen und da war niemand drinnen, der war ganz für mich und ich habe die Zimmernummer gefunden, wo ich hingehöre und ich marschiere rein, genau wie Asterix versus Rom und marschiere rein und da war dann eine Beamtin mit einer Kundin und die hat gesagt, ein bisschen dauert es noch und ich bin brav wieder zurück und dann sofort rein und dann habe ich gesagt, ich komme von der Bad, mein Gott sei, die haben mir keinen Strafregister auszugegeben, können Sie mir einen geben? und die Dame hat gesagt, ja, ich habe gerade der Dame angegeben. Dann habe ich ihn auch wirklich gekriegt und dann habe ich gedacht, was wird der jetzt sagen zu meinem selbst ausgestellten Arbeitgeberanforderungszeugnis und sie hat gemeint, das kriege ich und das kriege ich und hat das alles eingetippt, ohne mit der Wimper zu zucken und hat es mir zurückgegeben und dann hat es mir dann einen Computerausdruck, haben einen sehr schönen Drucker gehabt mit so einem österreichischen Adler am Papier als Hintergrund, habe ich auch gekriegt, habe ich das schon genommen, und dann hat sie gesagt, halt, wir müssen es nur offiziell machen und hat es mit einem runden Stempel abgestempelt und ich habe das gekriegt und ihre Worte waren 16,40 Euro und ich habe das gehabt und ich war urglücklich und weil ich so glücklich war und ich gemerkt habe, dass hinter mir dann auch schon ein paar andere Leute warten müssen, habe ich gedacht, eine Therapiestunde beim Psychotherapeut kostet 80 Euro. Für 16,40 könnte ich, das ist eigentlich eine Okkasion und habe halt ein größeres, längeres Gespräch angefangen im Bewusstsein, dass sich das Wartezimmer da jetzt füllt mit Müsamen und Beladenen und dann habe ich so gesagt, ja, aber sagen Sie, wie ist denn das und so und so und wie kriegt man das und auf jeden Fall habe ich mir das angeschaut und da stand nämlich drauf, zweisprachig, also wir bestätigen, dass in der österreichischen Polizeitantenbank nichts gegen mich vorliegt. Habe ich gesagt, wissen Sie, ich mache da Camp in Irland und so und ja, und dann habe ich gesagt, Herrens, das ist ja eigentlich nur ein Wisch, ich meine, wie wissen die in Irland jetzt, ob das echt ist, wenn ich das scanne und auf die Homepage stelle. Hat sie gesagt, schauen Sie, zeigt auf den Stempel und auf die Unterschrift daneben und sagt, der Stempel ist rund und die Unterschrift ist in einer anderen Farbe als der Ausdruck, weil die habe ich mit Kuli gemacht, dadurch ist fälschungssicher. Ich wollte dann jetzt nicht Photoshop oder so diskutieren, aber ich meine, das könnte ich ja auch so auf tun, das könnte ja trotzdem eine Fälschung sein mit mehreren Farben. Wie wissen die armen Kunden in Irland jetzt, dass das echt ist? Und sie, gar nicht blöd, hat gesagt, sie könnten das Original anfordern. Er hat gesagt, ja, das kann ich ja immer nur einem Elternteil schicken, die anderen können es derweil nicht sehen und wer weiß, ob ich das Original zurückkriege. Er hat gesagt, ja, na, das ist ein Problem. Dann haben wir geredet. Dann habe ich gemeint, ja, was ist, wenn ich das jetzt kopiere und ich stelle einfach ein Scan davon auf die Homepage, gibt es da vielleicht eine Prüfziffer oder können die irgendwie anfragen, ob das, was ich da jetzt ins Internet stelle, auch echt ist? Er hat gesagt, na, wissen Sie, das ist wegen einem Datenschutz, das will man nicht haben, dass Sie die Daten da im Netz haben, weil da steht ja Ihr Name drauf und Ihr Geburtsdatum, das will man nicht. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, ich will das, ich will das, heute sehen, dass ich kein Kripp bin. Und nein, also das geht nicht. Und dann habe ich gemeint, gibt es da sonst irgendwie eine Auskunft? Er hat gemeint, also in mein Computer kommt keiner rein und von mir kriegen die keine Auskunft. Aber, und jetzt kommt es, wertvollen Tipp gekriegt, ich könnte, also wir haben dann spekuliert, ja, also wie macht das jetzt die Polizei? Er hat gemeint, ja, entweder kommt die doch in ihren Computer rein oder hat er einen anderen Zugriff halt. Also die Polizei darf schon, aber Normalbürger dürfen nicht. Und dann, meine zweite Frage war dann, dass sich dieses Strafregisterauszug ja nur auf Österreich bezieht und ich könnte ja in einem anderen Land irgendwas angeschangen haben. Und dann hat sie gesagt, ja, ich kann aber zu jeder Botschaft eines EU-Landes gehen und mir dort das auch aussuchen. Und bis ich halt alle Länder zusammenkomme. Dann habe ich halt so gesagt, also als Straf, also Verbrecher sollte man schon sehr viel reisen. Und dann hat sie gemeint, ja, und eine Stricherliste machen, was schon war. Ich habe meinen Spaß gehabt und habe dann doch die mühselig warten hineingelassen zu der freundlichen Dame. Aber meine Empfehlung ist sozusagen, also nicht frustrieren lassen, wenn man bei einem Amt scheitert, sondern einfach beim anderen probieren. Da hat man viel Spaß. Oder herausfinden, in welchem Land das am unbürokratischsten geht und in die Botschaft gehen. Ja. Weil es steht ja... Dazu kann ich auch was sagen. Also das Ganze habe ich ja wegen Irland gemacht und meine Kollegen in Irland haben mal gesagt, dass es dort eine eigene Wedding-Agentur gibt, also die diese Zertifikate ausstellt und dass das ein ziemlich grobes Prozedere ist und er ein paar Tage braucht hat, um den Wisch zu kriegen. Und ich habe dann, wie ich im richtigen Amt war, eigentlich nur zehn Minuten braucht. Also ich glaube, Österreich ist da gar nicht so schlecht. Okay, das heißt, alle Iren sollten nach Österreich kommen, um sich hier bestätigen zu lassen. Nein, sie können es in der österreichischen Botschaft in Irland machen, aber dort kriegen sie nur bestätigt, dass sie in Österreich nichts anbieten. Ja, das reicht ja schon aus. Na eh klar, ja. Aber das Schlimme ist halt, ich habe mir immer gedacht, ja, wir leben in einem super Überwachungsstaat und die haben da alles und so und die werden nicht einmal mit einfachen, ja, perversen Lagerhelfern fertig, weil, ich meine, wenn ich jetzt, die finden die ganz Depperten damit, die im Heimatland was machen. Eine kleine Odisee oder so. Aber wenn ich schaffe, eine EU-Grenze zu übertreiben, könnte ich da erst die Sittenstolch sein und trotzdem hier als Jugendhelfer arbeiten. Darfst du halt in Österreich nichts zu Staaten kommen lassen. Ja, und dann gibt es einen internationalen Haftbefehl gegen dich und dann werden sie dich instantan finden. Ja, aber das bezieht sich ja, wenn das verjährt, also wenn du gerade aus dem Knast raus bist, er war zum Beispiel in Ungarn, nein, war er nicht, aber angenommen, er wäre in Ungarn im Gefängnis gewesen, dann stünde er immer noch ein leeres Blatt Papier vor ihm. In Österreich, ja. Also ich bezweifle, dass die das dann austauschen würden. Aber vielleicht sind die schon so toll, dass diese sechs Sachen international austauschen. Ich weiß es nicht, aber es hat nicht danach ausgeschaut. Ja, außer in Schweden. Dann bist du anschließend in der Botschaft in Äquator und kommst nicht mehr raus. Das ist wieder ein anderes Thema. Na gut, seine Odisee. Aber erfolgreich. Erfolgreich, erfolgreich. Ich war insofern, aber ich hatte eine viel mildere Geschichte. Ich habe ihnen doch mal erzählt, dass ich einen Einzugsauftrag für die GIS anwerfen wollte. Und die haben eigentlich verlangt, dass man, die haben mir so einen SEPA-Ermächtigungs, das hat ausgeschaut, wie in einem Lagschein so ein Formular geschickt. Das habe ich ausgefüllt und das hätte ich ihnen postialisch zuschicken sollen. Bin ich aber zu faul gewesen, habe mir gedacht, das muss doch jetzt auch heutzutage digital gehen noch dazu. Du wolltest der GIS online regelmäßig an Geld zukommen lassen mit einem Dauerauftrag. Richtig. Und dafür brauchen sie ein einmal eine Ermächtigung. Entschuldigung, also ein Einzug. Eine Einzugsermächtigung, genau. Und die hätte ich ihnen aber per Post zuschicken sollen. Das wollte ich nicht. Und ich als Besitzer einer Bürgerkarte habe ich eine E-Signatur angefertigt. Das gibt es von dieser Firma, die diese E-Signaturen umsetzt. Verisig, oder? Ja, genau. Verisig. Kein sehr hübsches Tool. Das gebe ich wohl zu, aber es hat funktioniert. Ich habe das ausgefüllt, mit meinem Smartphone das abfotografiert, noch die Ränder weggeschnitten, dann das durch dieses Online-Tool geschickt. Da war dann meine digitale Signatur drauf. Und dann habe ich ihnen eine E-Mail geschrieben mit dem als Anhang und habe gesagt, hier bitte, das ist gültig, nach so und so und so. Und bitte nehmt das an. Und eine Woche später ist eine E-Mail gekommen, passt, danke. Und das hat mich überlegt. Jetzt bin ich ganz begeistert, was kriege ich noch alles digital unterschreiben. Vielleicht sollte ich Autogrammkarten. Ich wollte dich abhängen. Oder jetzt eher bedenke ich, wenn ich das mache. Autogrammkarten. Wenn ich Fotos von mir anfertige und das PDF und dann hochlade und digital unterschreibe, vielleicht soll ich ein Foto mit mir als mit Telefonhörern, so wie im Korrespondent, das hätte ich gerne. Also wenn das jemand meint, die sind aber nicht einmalig. Die sind auch ein Hörer. Wieso? Lassen die nicht, was meinst du das nicht? Achso, du müsstest für jeden extra. Ja, genau. Jeder, der antwortet, Das ist wie beim echten Autogrammen, muss ich auch immer extra machen. Das ist sogar noch mehr Arbeit, als wenn du das per Post schickst. Also wenn du das mehr will, dann schicke ich mir eine Autogrammkarte. Ja, aber das erinnert mich daran, die GIS abzumelden, weil ich gucke kein Fernsehen, Radio habe ich auch schon keins mehr. GIS für, heißt das in Deutschland auch so? GEZ. Okay, in Deutschland heißt es GEZ, aber dort ist es ja jetzt eine Steuer, wenn man es genau nimmt, aber es wird immer noch Gebührhaushaltsabgabe genannt. Und den Radiotuner aus deinem Handy beißt du auch heraus? Ich habe keinen in meinem Raum. Ah, keine? Nein, ich habe nichts mehr inzwischen. Und mein Fernseher kann hier in Österreich keinen einzigen Sender empfangen, weil das... Analog? Ja, nicht analog, sondern der hat kein Empfangsmodul drin. Also beim Radio bin ich nicht ausgekommen. Also Fernseher konnte ich noch verargumentieren, aber dann haben sie mich ziemlich bald auf Richtung Radio und das fand ich auch in Ordnung, weil schließlich das konsumiere ich auch tatsächlich hier in Orgene 1. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung, dass ich dafür Kippe entrichte. Inzwischen habe ich nicht mehr noch besser. Kann man sich... Und das geht dann auch, das Abmelden? Ich probiere es einfach mal aus. In ein paar Wochen, wenn ich mal Zeit habe. Ich habe einen Film und zwei Bücher. Ich habe ein Spiel, das kann ich dann irgendwann mal auch so an der Reinknicken, aber da kann... Stefan, du bist schon ausgegangen. Ich ändere mein Leben. Du änderst dein Leben? Das gehört vorgereiht. Das ist wichtiger. Wie änderst du dein Leben? Nein, ich bereite mich ja vor für nächstes Jahr für den Biertaucher- Marathon-Auftritt. Alle, die Taucher schon schuldig auf ihre... Darum versuche ich wenigstens eine Stunde am Tag Sport zu machen oder mehr. Ja, das inkludiert jetzt nicht Radfahren, sondern extra noch einmal Sport. Das inkludiert auch Radfahren. Ach schon, Radfahren, okay, ja. Oder laufen, je nachdem. Und als hübsche Ausflugsziele bieten sich an, die ich jetzt aufgesucht habe, die Jubiläumswarte mit herrlichem Überblick über ihn. Ja. Empfehle ich sehr. Was ich nicht empfehlen kann, ist Schloss Laudon, da kommt man nicht rein. Nur Bedienstete dürfen haben Zutritt. Du weißt, warum der Fluch heißt Fix Laudon. Ja, vom Innenministerium, genau. Und tracke jetzt auch mein Gewicht. Und wer das auch tun will, den lade ich dazu ein, es mitzutracken. Auf der Webseite bmi.mittenin.at bmi.mittenin.at mittenin. Genau. Welches Amt ist das nochmal? Das ist das Stefan-Amt. das Amt. Oh, das sind Mäuse. Wir sind in der Nähe von einem Mistkübel. Die Raschelstörgeräusche sind von kleinen Mäusen. Ist die gerade in meinen Rucksack reingekannt? Nein, bestimmt. Ich hatte wieder Angst. Das ist wieder nur da und da. Nein, die trinkt gerade ein Bier. Das ist schon leer. Okay, also und diese Webseite, wo man sagt, das ist nicht urpeinlich, weil wenn der dann raufgeht, der bmi, dann wissen das ja alle. Eben. Ganz im Gegensatz zu, wenn es mich anschauen, dann hätten sie das nie rauskriegt, dass ich Plader geworden bin. Und darum exponiere ich mich auf die Art und Weise, wer will es. Dass du einen Social-Druck hast. Genau, ganz genau. Und wer aber den Social-Druck nicht haben will, kann auch die Webseite forken und es selber woanders hosten. Ah, ist das eine halbwegs offene Webseite? Ja. Hast du die gemacht? Ja. Github. Ah, geil. Ja, na dann wird das ja gleich. Können wir Social-Up-Naming machen. Und die ist auf Github oder? Die ist gerostet auf meinem Rechner oder du kannst sie auf Github forken. Kann ich sie auf Github forken? Sagst du das Github-Projekt-Namen dazu? Ist verlinkt auf der Webseite rechts oben vor Github. Passt. Okay, ja cool, ja. Das heißt, Mischung aus Social-Presor... Ich habe das mit der Tweezer, glaube ich, hat das auch ein bisschen. Aber ich weiß nicht, wie er das technisch umgesetzt hat dann. Ich habe das einmal vor drei Jahren geschrieben und zeichne jetzt, glaube ich, so knapp drei Jahre auf. Damals wolltest du schon... Immer wieder, immer wieder, wenn ich motiviert bin, bin ich jetzt runter und dann wusch hat man es wieder runter. Bin ich wieder faul, dann gehst du wieder runter. So, du meinst, der ständige Druck jetzt zwingt dich zum... Und jetzt habe ich es publiziert. Jetzt muss ich, jetzt muss ich. Ich muss sagen, der Stefan schaut auch schon viel schlanker aus. Also ich fühle mich relativ noch blader, nur weil der Stefan jetzt schon gefühlt zwei Zentimeter schlanker ist. Ja, ja. Ja, Das hast du damals noch in PP geschrieben? Nein, das ist Reels. Na ja. Ich mache mir ein Bier auf. Ich habe eine Frage an euch zu einem Buch, weil du zuerst gesagt hast, Buch, habt ihr entweder gelesen The Meaning of Live von Douglas Adams? Ist das empfehlenswert? Nein. Oder, Entschuldigung, ich habe es damals gelesen, wie mir Englisch nicht sehr gefallen hat, aber ich finde es auch jetzt ein ziemlich komisches Konzept. Oder die entsprechende deutsche Variante dazu ist von Sven Böcher Labenz. Und die Idee dahinter ist, dass Begriffe neu erfunden werden für Gegenstände oder vertraute Erfahrungen, für die es noch bisher keine Bezeichnung gibt. Und zwar ist der Begriff, der erfunden wird, immer eine Ortsbezeichnung, die so ähnlich klingt wie das irgendwie. Und ich finde, es klingt ganz witzig und bin am überlegen, ob ich mir das jetzt kaufe. Und wenn dann die Frage, dass von Douglas Adams das Original oder das Deutsche, was keine Übersetzung ist, sondern nur die gleiche Idee wieder aufgreift. Ob das wer von euch gelesen hat? Also, ich habe es nicht gelesen, aber mir hat schon jemand von erzählt und war vollauf begeistert. Vom englischen Original? Von beiden. Von beiden. Ja, es lohnt sich anscheinend, beide Versionen zu lesen, weil sie wirklich keine besonders große Schnittmenge haben. Also, muss ich wohl lohnen. Da kommen sowas wie Schaukel vor für irgendetwas. Ich weiß auch nicht mehr genau. Ich habe es halt nur erzählt bekommen und ich wollte es mir auch mal anschaffen. Na, wenn wir gegen der Amazon werfen. Douglas Adams ist sowieso zu empfehlen. Wie heißt die? Die vierteilige Trilogie in fünf Bänden? Ja, die ist echt klasse. Und Last Chance to See, falls du das noch nicht hast vom Tag des Adams. Nein, kenne ich nicht. Über aussterbende Tierarten. Ich habe eine Reise gemacht mit einem sehr berühmten Biologen. Das wurde dann sogar noch mal nachgedreht mit BBC, also schon wird lang tot war und diese Schauplätze noch einmal alle besucht und eine BBC-Förerung ausgemacht. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen ein Tag des Adams-Erlebnis. Ich habe es hier schon erzählt. Ich lese gerade von Stanislav Len die Sterntagebücher. Und ich fühle mich halt total erinnert, aber ich bin auch begeistert und fasziniert, aber ich habe erst die ersten drei, vier Geschichten über den Ideenreichtum und über die sprachliche Kreativität. Es scheint, auch im Wikipedia-Artikel steht, es ist sehr schwierig zu übersetzen, die Übersetzerflucht. Du liest sie auf Deutsch. Und ich lese sie auf Deutsch, ja. Und bin aber bis jetzt, es ist fordernd, weil es ist wirklich so dicht und manchmal springt er von einer Idee zu anderen und man staunt nur so, in was für Abenteuer sich erstürzt von einem Satz zum anderen. Aber ich bin zurzeit begeistert und ich wollte eigentlich mal nachrecherchieren, ob sich der Lem und der Adams vielleicht einmal irgendwie getroffen haben und Ding. Es wäre doch mal spannend, ob sich die mal ausgetauscht hätten, weil das fände ich spannend. Das ist eine Biertaucher- Das mache ich mal. Das würde ich nachschauen. Ich meinte einen Aufruf an die Zuhörer herauszufinden, ob Adamsons... Statt Feedback löst, ob es raus auf Kahn. Genau, recherchiert. Ja, genau. Recherchiert für uns, wir recherchieren nicht. Jetzt gehen hier die Lichter an. Ja. Und das Weitere, also ich bin gerade zurzeit, spiele ich wieder, nämlich in 80 Tagen um die Welt. ATDs heißt es auf Englisch. Es ist ein Spiel ausschließlich für iOS und Android. Spiels auf dem Tablet. Okay. Und das ist ein... Es ist ein Computerspiel. Es ist ein Computerspiel. Und das ist ein Spiel, wo ich jetzt den dritten Anlauf gebraucht habe, weil die ersten beiden Male hat es bei mir überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt... Gestern habe ich am Morgen angefangen und bis, weiß ich nicht, zwei Uhr in der Früh habe ich es nicht mehr aus der Hand legen können. Hey, das klingt ja total süchtelnd. Ja, definitiv. Also warum der Zugang schwierig ist, es ist eigentlich, ich habe euch ja schon einmal erzählt über Sorcery, das ist von derselben Entwicklungsfirma, über so umgesetzte Abenteuerbücher. Also eine interaktive Fiction. Also das heißt, bei diesem Spiel kommt man nicht aus. Man muss lesen und viel lesen und wenn man das nicht... Also für Alphabeten geschrieben im Gegensatz zu 99 Prozent ist das sonst so geschrieben. Richtig. Genau, richtig. Und wir haben das ja schon besprochen, Text in Spielen ist also ein zweischneidiges Schwert. Manchmal wird man einfach zu faul irgendwie zu lesen und... Aber wenn einem Spiel so richtig gefällt und man liest, dann gibt es mir noch sehr, sehr viel mehr als manchmal ewig lange Cutscene oder was. Sondern irgendwie ist das bei mir dann der Mechanismus, da legt sich ein Schalter um und ich bin auf einmal viel mehr drinnen. Und diese 80 Tage um die Welt basiert eben auf dem gleichnamigen Roman von Jules Verne und es geht eben um diesen Phileas Fogg und seinen Butler, den Passepartout und die haben eine Wette abgeschlossen und müssen um 80 Tagen um die Welt reisen. Und es beginnt auch so mit einem einleiteten Text und du kannst dann, es ist so quasi das Tagebuch von Passepartout und du kannst an gewissen Stellen werden verschiedene Sätze fortgeführt in verschiedener Weise. Da kannst du Optionen auswählen. Jetzt einerseits natürlich Aktionen, indem du sagst, okay, jemand redet mich an, wie reagierst du? Aber andererseits zum Beispiel auch Eindrücke, also du nimmst direkt auf den Text Einfluss, wie zum Beispiel ich bin angekommen in New Orleans und da kannst du sagen, ich war fasziniert von diesen großen Gebäuden, die selbstständig von einem Platz zum anderen gehen oder es war total schockiert. Also du beeinflusst wirklich auch den Stil, wie etwas beschrieben wird, nicht nur immer die Handlung, die Wahrnehmung. Und du bekommst bei Reaktionen auch geschrieben, okay, dein Charakter hat jetzt diesen Charakterzug angenommen oder zum Beispiel deine Beziehung zu Phileas Fogg ist gestärkt oder ist irgendwie schlecht geworden. Das heißt, ist darin, also es passiert zwar auf 80 Tagen um die Welt, aber es hat einen ganz starken Steampunk-Einfluss. Das heißt, du fährst mit Unterwasserzügen oder mit riesigen Roboterspinnen, die Richtung Nordpol gehen oder Gyrokoptern und es ist eine sehr kriegerische Welt. Also das ist zum Beispiel Deutschland, Österreich, Ungarn ist noch ein Machtkommerat, England und die alle haben verschiedene Agenden und bei verschiedenen Städten wird es halt sehr kompliziert, weil du musst da teilweise mit falschem Pass durch und dich halt durch die Kriegsviren ein bisschen durchmachen und dadurch, dass es aber geschrieben ist und du wenig erklärt bekommst von dieser Welt, hat das was Exploratives und du musst dich wirklich einarbeiten, weil am Anfang weißt du wieder, du hast eine Weltkarte und du kannst eigentlich, diese Weltkarte besteht aus blauer Fläche und den Punkten der Städte, sehr minimalistisch, gehalten und du musst eigentlich, wenn du in einer Stadt bist, erst einmal recherchieren, wo du überall hin kannst, das heißt, du kannst einmal dort erforschen oder dir einen Plan kaufen und dann gibt es noch das Konzept von Reisegepäck und was du mitnimmst und da gibt es verschiedene Ausrüstungsgegenstände und am Anfang weißt du überhaupt nicht, was was bringt und das sind teilweise das Gegenstände, mit denen du handeln kannst, zum Beispiel, ich weiß nicht, ein Wodka bringt dann in einer bestimmten Stadt besonders viel an, am einen, du brauchst natürlich Geld, mit dem du haushalten musst und das machst du am besten, wenn du handelst und klug deine Route legst oder du kannst in manchen Städten von der Bank abheben, musst aber damit rechnen, dass die Transferierung des Geldes dann Tage kostet, also das ist eher eine zeitaufwendige Geschichte. und dann solltest du die Weltreise abschließen. Richtig und du siehst dann, also es sind zwei Teile, entweder bist du in einer Stadt und kannst dort exploren und erlebst Abenteuer oder auf der Reise passiert dann auch was und du kannst halt Sachen machen, der Fides Falk hat eine Energiepunkte, so von 100 bis 0 und darf nicht auf 0 kommen und du hast so ein kleines, es sind wirklich die Interaktionen, die du dazwischen machen kannst, du musst lesen, weil die Interaktion ist allein zu wenig, aber wenn du es mitliest, ist es eigentlich eine perfekt schöne, runde Mischung und es präsentiert sich das Ganze auch in einem sehr slicken, schönen, einfachen Look und man merkt so richtig, diese App ist fürs Tablet gemacht. Also dieses andere Spiel von dieser Firma, das Sorsery, das habe ich auch schon erzählt, da merkt man auch so richtig, die haben für dieses Medium für's Device gearbeitet. Das ist kein Klick zu viel und es fühlt sich alles rund und schnell an und auch die Mischung aus Text und Interaktion ist irgendwie gut und ausgewogen und die Geschichten, die man erlebt, das ist halt wirklich schön, da wird das, das ist eigentlich interaktive Fiction at its best, weil es kommen Charaktere vor und dann kommen diese vielleicht Erfolgecharaktere, diese anderen Charaktere gekannt haben, kommen dann in einem späteren Verlauf vor und diese Welt wird dann wirklich reichhaltig beschrieben. Zum Beispiel, also es gibt dann eine eigene Gilde, die diese Steampunk-Maschinen, die Automatons nennen sie sich, also die Maschinen heißen Automatons und die Gilde heißt die Artificians oder so und die haben eine eigene Agenda und reagieren ganz eigen und du kannst dich da irgendwie während der Reise ein bisschen annähern zu denen oder eher denen kritisch gegenüberstehen. Also es sind Faktionen im Spiel immer mehr versteht man wie diese Welt eigentlich funktioniert und die ist eigentlich ziemlich eigen dunkel auch düster es gibt auch ziemlich viele traurige Geschichten dabei aber es hat mich einfach wirklich total gepackt und dadurch dass das Text ist haben sie auch ziemlich viel also für mein Gefühl viel Content reinpacken können das heißt in den einzelnen Städten wiederholen sich zwar schon einzelne Geschichten und Ereignisse aber es sind 169 Städte insgesamt die du besuchen kannst und es macht einfach Spaß immer und immer wieder eine andere Route einzuschlagen und dann auch in anderen Städten anders zu reagieren Also du spielst das jetzt schon mehrmals oder? Es ist jetzt glaube ich das fünfte Mal dass ich das durchspiele Geil und dir ist noch nicht fahrt Mir ist es überhaupt nicht fahrt ich möchte immer noch und ich habe so viele also ich habe glaube ich jetzt insgesamt 34 Städte von 169 besucht Also es gibt noch irrsinnig viel drinnen gefühlterweise zu entdecken und ich finde das halt schön dass dieses Format des Abenteuerbuches oder auch Textadventure dass das alles irgendwie nicht alt verblasst und weg ist sondern wie halt so ein bisschen Medienteorie das entwickelt sich weiter oder hat Einfluss und das ist wirklich Reintext oder kriegst du ab und zu so eine Belohnung so eine handgezeichnete Grafik oder sowas? Also du kriegst es ist Grafik dabei du siehst zum Beispiel bei den Reisen eben diese Weltkarte die kannst du rauf und rein zoomen und auch drehen so wie in einem echten Ball und in den Städten siehst du zum Beispiel die Koffer die siehst du so angezeigt und die Gegenstände die kannst du mit Track und Job dann zu verkaufen oder reinziehen also das ist es ist minimalistisch Grafik gehalten aber sehr elegant und slick und passt auch zu diesem Steampunk Teil und du siehst auch jedes Gefährt hat ein eigenes Design was du benutzt und auch eigene Typen beispielsweise also eine schöne Geschichte war zum Beispiel da hat in irgendeiner Stadt eine Engineering ein Gefährt gebaut das sich durch so Erdenschaufeln vorbewegt und so und da haben aber die Eingeborenen also die Stadtbewohner so ein bisschen die Sage rundherum gesponnen dass sie sich diese Maschine vom Blut ernährt und das ist unheimlich und dem kannst du ein bisschen nachgehen und dann erklärt die Ingenieure na das ist aber so und so also wirklich es hat mich gepackt und man muss sich aber wirklich reinarbeiten bei mir was wie gesagt der dritte Anlauf und die ersten beide Male habe ich mir gedacht ja eh aber irgendwie komisch und anstrengend ich will jetzt nicht lesen sondern ein bisschen spielen aber jetzt hat es mich voll und ganz gepackt glaubst du man kann es am Smartphone auch spielen oder braucht man schon ein größeres Tablet geht schon würde ich sagen weil du brauchst da nicht so viel Geschicklichkeit mich hat ich am Tablet hat es mich schon also ist auf jeden Fall es funktioniert glaube ich auch am Smartphone hast du überhaupt den Drang innerhalb von 80 Tagen um die Welt zu schaffen oder möchtest du die Geschichten wie jeder Stadt alles ausprobieren also es ist dann schon schade irgendwie also es ist dann also ich habe meine ersten Reisen dann schon darauf ausgelegt dass ich mehrere Städte aber irgendwann packt es einen dann doch dann will man es dann doch irgendwie schaffen und die unwahrscheinlichste Reise wo ich wahnsinnig gestrandet bin wo man da viel jetzt fast gestorben wäre und wo sie mich schon überhaupt nicht mehr weglassen wollten irgendwie von einem gewissen Ort da habe ich es dann im Endeffekt geschafft aber darum geht es in dem Spiel auch nicht weil du wirst jetzt nicht besonders es ist dann halt zu Ende aber es ist dann so im Abschluss wird dann gesagt naja was machen wir als nächstes reisen wir nochmal um die Welt und das ist halt einladend und es geht wirklich um die Geschichten cool ja und das haben sie wirklich liebevoll gemacht finde ich gut geschrieben kann man auch also es nicht innerhalb von 80 Tagen schaffen also wenn du es nicht innerhalb von 80 Tagen schaffst dann schaffst du es halt nicht aber es wird nicht abgebrochen du kannst dann weiterreisen du kannst also zweimal um die Erde reisen und London auslassen wahrscheinlich solange eigentlich kannst du jede Stadt besuchen wenn dir die Wette wurscht ist sozusagen genau richtig also insofern ist das Rohprozess also du als Butler steuerst eigentlich was dein Herrchen macht definitiv allerdings in der Geschichte wenn du oft ihm widersprichst oder so dann tut das deine Beziehung genau richtig das ist aber du kannst deinen Charakter schon ziemlich forsch anlegen das stimmt schon hat das hat die Beziehung auch Einfluss auf die Geschichten ja teilweise schon also so direkt könnte ich jetzt kein Beispiel benennen ob das einen direkten Einfluss hat worauf es auf jeden Fall direkt einen Einfluss hat ist auf die Konstitution also er wird dann auf jeden Fall etwas geschwächt dann bei gewissen Situationen wenn du jetzt nicht zu ihm stehst und wie gesagt du kannst dir dann auch Gegenstände die gut für der Reise sind zum Beispiel ein Domino-Set oder ein Shaving-Set oder einen warmen Wintermantel für den Herrn und dann kann man ihn auch wie gesagt bei den Reisen mit dem kleinen Friseurs-Symbol kann man immer so ein bisschen kaschulieren dass er ein bisschen gepflegt ist und er freut sich dann auch immer das ist nämlich auch eine strategische Entscheidung weil du kannst dich auf Reisen entscheiden pflegst du jetzt einen Herrn betreibst eine Konversation mit anderen und findest aus um irgendwelche Routen zu bekommen oder du wartest einfach und liest die Zeitung oder kriegst du dann irgendwie so Schlagzeilen von Sachen die du ausgelöst hast oder die halt die Reise beschreiben ja wirklich klingt nett total nett total nett also ich kann gar nichts sagen ich muss auch sagen weil du sagst Text-Adventures es gibt im Internet eine nach wie vor lebhafte Subkultur die machen einfach Text-Adventures seit den 80ern also mit genau der Technik die eigenen Newsgroups und so Text-Adventures sind nicht tot sie sind nur wenig sichtbar das ist gut so finde ich also eben die interaktive Fiction das ist durchaus das habe ich jetzt wie ich hier wieder entdeckt habe ihren Reiz ich habe was sehr Geschmackiges und da jetzt keine Frauen da sind kannst du es endlich erzählen nein nein also das ist jetzt nicht jugendfrei falls ihr das hören mit kleinen Kindern das ist doch verschwunden und zwar habe ich ein Buch gelesen von Neil Strauss einem Autor den ich sehr mag und das Buch heißt The Truth also die Wahrheit und da geht es um seine Beziehungsunfähigkeit und er geht die Tarn in sehr amerikanischer Manier an nämlich er probiert alles aus was halt geht und also Hintergrund er leidet und er hat ein paar andere Bücher auch geschrieben ich habe Emma Genzi glaube ich von ihm schon einmal besprochen hier und er arbeitet also er ist immer so ein bisschen autobiografisch und er arbeitet als Musikjournalist für Rolling Stone glaube ich und tut halt oft Musikerinterview und hat so eine gewisse Berühmtheit also und er ist normalerweise Journalist im echten also neben dem Autor er schreibt auch er schreibt auch er hat das in dem Buch schreibt er wie ein Buch über die mexikanische Mafia recherchiert das möchte ich natürlich auch lesen weil er schreibt einfach sehr gut sehr selbstironisch und so und ja er ist so eher klein hat so eine Glatze und ist so sehr sozial also er ist neugierig auf Leute mag gern tanzen sich gut unterhalten und so das schöne Leben aber in dem Emergenze Buch schreibt er das also wenn die Apokalypse kommt denkt er dass die anderen ihn aufessen werden weil er halt keine praktischen Lifeskills hat ich kann mich erinnern so dieses Prepper Buch ja ja wo er mit dem Preppern da rum und das ich glaube das ist eh der verknüpfende Faden er hat wie soll ich sagen ich denke er hat ein Talent dazu nicht nur in Subkulturen oder seltsame Gemeinschaften einzutauchen sondern das auch sehr nett zu beschreiben was er dabei erlebt ja und hier geht es auf jeden Fall er ist eh also Richmans Problem er ist eh glücklich und erfolgreich und hat eine super Freundin mit deutschen Namen sogar und die liebt ihn und alles und er könnte eigentlich der glücklichste Mann der Welt sein aber er ist nicht glücklich es fehlt ihm was und was fehlt ihm und das kommt dann so raus also er bedrückt sie und warum bedrückt er sie ja er ist halt neugierig also auf andere Menschen und er will halt sozusagen sich nicht einschränken und einmal schreibt er das dann auch sehr schön in einem Buch er hat dieses diese Entscheidungsschwäche also wenn du dich nicht an was binden kannst dann sagen so das mache ich jetzt und dabei bleibt so nein es könnte ja das besser sein oder das oder das und er macht das halt auch sexuell oder mit seinen Beziehungen und das Buch fängt gleich so an dass er auf seinem wie bei einer flog über das Kuckucksnest er kommt in sein amerikanisches Klinik für Untreuebehandlung was schon extrem seltsam ist und da hat er sich freiwillig reingesetzt um seine Beziehung noch einmal zu retten weil inzwischen alle Verwandten und vor allem die Brüder und Freunde seiner Ex-Freundin die er halt betrogen hat extrem böse sind auf ihn und um mir halt zu zeigen dass er die Beziehung rettet wie gibt er sich freiwillig ein extrem seltsames amerikanisches Institut wo sie ihn halt versuchen seine Untreue auszuterapieren und er schreibt das halt so nett dass man sofort also er ist dann auch er hat so ein Problem mit seltsamen Regeln und Autoritäten und legt sich dann gleich mit diversen sehr seltsamen ja so Vorständen und Ärztinnen dort an und es kommt halt raus dieses amerikanische System dass egal wie krank etwas ist in Amerika gibt es immer noch wen der daraus versucht ein Geld machen und ein Geschäftsmodell draus zu machen wie halt untreu und das Schöne ist als Leser hast du sofort so Sympathien für für ihn jetzt ja gibt es dieser bösen Ärztinnen Fieber zum Mieter und es kommt dann aber so raus dass er halt schon diverse Schäden auch hat er selbst und ich versuche das jetzt nicht zu ausführlich zu erzählen auf jeden Fall scheitert er mit Bausch und Bogen er kommt zwar aus dem Untreue Seminar da angeblich geleitet wieder raus wir machen so eine Art Familienaufstellung also wo dann rauskommt seine Mutter ist an allem schuld aber er schafft es trotzdem nicht seiner Freundin treu zu bleiben und Schulterin sind auch seine ganzen Bewunderinnen als erfolgreicher Autor kriegt er jede Menge Mails auf Facebook und so und Frauen die sich ihm da halt in Nacktfotos senden und ihn interessant finden und mit denen flirtet er dann herum und das kriegt die Freundin dann raus und auf jeden Fall ist dann offiziell aus und dann denkt er na gut Treue schafft er nicht monogane Beziehung schafft er auch nicht und er probiert jetzt aus und dann geht er halt zu einer seltsamen Polyamori oder sonstigen Multibeziehungssekte oder Gruppe nach der anderen und eine ist eher so eine New Age Religionssache mit so einer hohen Priesterin die da so eine Art Orgen macht und er schafft dass das herausgeschmissen wird aus einem praktischen aus einer Orgie weil er Popcorn isst während die da ihre Orgens also auch da hat er wieder große Probleme und das ist halt so lustig dass du aus einer Sexorgie rausfliegst weil du dich daneben benimmst das musst du ja auch zusammenbringen und gut das ist noch leicht und da kommt er drauf na gut die sind ihm auch irgendwie zu hierarchisch und dass die hohe Priesterin da sagt wer mit wem darf und wann und wie und so und dann findet er so seine Untergruppe das sind so sehr elegante Leute und im Prinzip sind das so Swinger also die halt zu dritt oder so noch mehr aber alle so auf super elegant und schön und nicht heißer seid die aber halt so auf gut aussehen und so das taugt ihm mehr und so interessant die nennen das Lifestyle und so und dann ja geht er in Paris auf zu seiner Art ja auch Orgie oder praktisch ein Swinger Club und was halt da alles erlebt das schreibt er da sehr plastisch aber auch sehr selstiger und ist einfach sehr köstlich zum Lesen und am Schluss endet er auf jeden Fall will er dann dann redet er auch immer wieder mit so Leuten die so in praktisch so Sektenführermäßig mit mehreren Frauen oder mit mehreren Familien überhaupt gleichzeitig leben und die sagen ihm dann alle ja ja du musst das im Griff haben und du musst das Chef sein und das will er aber nicht er ist so der nicht das Alphamännchen also er will das nur sich alle lieb haben und so auf jeden Fall versucht er dann in Kalifornien selber so mit drei Frauen gleichzeitig zu leben die angeblich alle darauf einsteigen aber in Wirklichkeit geht das dann halt auch horrend schief und das ist halt auch sehr extrem super zu lesen und das man kann sich eh denken zu guter Letzt kommt er dann eh über sehr sehr viele Umwege dann eh wieder zu seiner ursprünglichen Freundin zurück und sagt ja also jetzt reicht es er hat jetzt genug ausprobiert er weiß jetzt überhaupt was er eh schon am Anfang von ihr viel billiger hätte haben können und aber es ist extrem eine lustige wie soll man sagen eine Reisebeschreibung durch die Untiefen des eigenen oder Tiefen des eigenen Ichs wo man halt ja kann es nur sehr empfehlen weil es ist extrem lustig und obwohl es es ist jetzt nicht ein ernstes Thema aber ein Thema wo jeder wahrscheinlich anknüpfen kann der schon mal in einer Beziehung war sich schon irgendwann mal über die Freunde geärgert hat oder irgendwann gedacht hat ich könnte es ja alle haben oder über die Freundinnen oder die Freundinnen ja aber es ist ja also ich finde es extrem lustig auch wie er sich über diese ganzen Polyamorytypen lustig macht oder halt vor allem sein ständiges eigenes inkompatibel sein oder sich großartig selbst im Weg stehen ist das auch für Frauen geeignet? weiß ich nicht also ich habe es noch keiner Frau gegeben zum Lesen es ist aus Mann Männerperspektive geschrieben also nur für eventuell nur für Männer lustig ich kann es nicht kann es nicht sagen mir müsste eine Frau das lesen lassen und dann sagen was sie dazu denkt ja was war das ein drittes Buch was du jetzt lesen wolltest von ihm gibt es auch noch oder ja also das schreibt er nur in dem Buch dass er dauernd dass er recherchiert über einen mexikanischen Drogenkrieg da schreibt er das habe ich noch nicht ich habe auch nicht rausgekriegt ob das jetzt schon draußen ist da muss ich selber noch ein bisschen nachgucken aber ich finde er ist einfach ein guter Autor weil er das so wirklich sich wirklich selber reinbringt in eine Kultur und dann auch schreibt wie die Typen da draufsehen und dicken und eben nicht funktionieren mir ist gerade noch eingefallen bei mexikanischen Drogenkartellen ich habe mir Sicario angeschaut ah die Serie nein das ist ein Film zu dem es auch einen zweiten Teil demnächst geben soll also in ein zwei Jahren das von 2015 Ende 2015 da wurde Benicio der Dorsch kann sein und Emma Plant oder so ähnlich also der Film ist schon interessant also ich habe mir nur die ganze Zeit gedacht meine Güte die Amerikaner nehmen sich so ernst als die Polizisten der Welt und ganz am Anfang ist wirklich dieses Gefühl ich würde den am liebsten einen in die Fresse schlagen bei mir wirklich groß geworden war das Amipathos ja also für mich war das Amipathos überhaupt überhaupt nicht die bleiben so die bis zu einem bestimmten Punkt und dann ist die Protagonistin aus der Sicht erlebt man eigentlich auch das meiste kommt so langsam ja also ganz am Anfang schon bereits hat sie so ein paar Gedanken wer sind die Leute überhaupt also das musst du dir vorstellen CIA und du wirst denen zugewiesen und wer sind die Leute überhaupt mit denen muss ich jetzt zusammenarbeiten und sie ist da fühlt sich ein bisschen ausgenutzt und ihr Partner ebenso und ja ich verrate jetzt nicht viel darum geht es und eben dass da also dieser Amipathos wir sind die Weltpolizei bleibt eigentlich fast bis Ende des Films ne es bleibt bis Ende des Films aber es wird auch ein bisschen kritischer noch beleuchtet also es ist nicht bis Ende also im Endeffekt der Film gefällt mir nicht so gut wie viele sagen ja es kriegt auch wachsen ein bisschen so wie der Ding hast du Traffic gesehen von Soderberg das ist auch so geht auch um diese Drogen schmuggelte Thematik und da hatte ich aber so wie du das beschreibst auch so ein ähnliches Gefühl dass es mir ein bisschen zu allklatt ein bisschen zu viel diese Army Moral rein verpackt ist auf eine Weise wie es vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist aber vielleicht ich mich hoffe vielleicht müsstest du den Film auch nochmal sehen also bei Sicario kommen auch solche Folter-Szenen vor das ist also wirklich eine Anspielung an solche Sachen wie die Geschichten von Guantanamo die man hört und das wird eigentlich ziemlich selbstherrlich dargestellt okay das ist wenig das ist so Folterverherrlichend oder ja also dass das das ist erst genau aber gleichzeitig hat das so wenn man dann ein bisschen genauer hinschaut schon etwas Kritisches dabei also ich weiß nicht also ich vermute der Film will sich nicht ganz klar ausdrücken um halt die Leute zum Denken ein bisschen anzuregen ich kann ich werde nicht ganz schlau aus dem Film also mir hat er im Endeffekt auch nicht so gut gefallen die Thematik ist jetzt auch nichts muss ich nicht haben mich hat halt nur gewundert dass viele von denen ich den von dem Film erzählt bekommen habe wirklich restlos begeistert sind und ich überhaupt nicht also wenn ein Film wirklich gut ist mag ich den meistens schon aber bei dem hat mir irgendwie der Anschluss gefehlt okay naja ich habe ihn auch irgendwie so ich habe ihn auf den Plakaten gesehen hat mich damals schon nichts interessiert aber vielleicht wenn er mal auf Amazon Prime oder so vorbeirauscht schaue ich ihn mal an ein Ding spielen sie übrigens gerade auf Amazon Prime den habe ich ganz oben auf der Liste den was den Kannibalen den Kannibalen mit diesen deutschen Schauspielern achso Zeit der Kannibalen Zeit der Kannibalen ja der steht den will ich heute oder morgen steht da auf der Liste und du wolltest auch noch M ja natürlich M haben wir halt noch der Doktor das ist auch ein Auftrag an dich Horst ich sollte mal ganz schauen gut angesichts des Feedbacks dass wir nicht gar so lang sein sollen wie gesagt habe ich mir ein Film und ein Buch auf ja wir haben jetzt ungefähr eine Viertelstunde früher Schluss gemacht sehr gut so mal ein Dreiviertelstunde guter Spielfilm weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht und da ihr Themen habt zu denen ich auch absolut keine Ahnung hatte habe ich auch nicht so viel reingelabert dazu das Boot möchte ich noch sagen doch ich habe recht doch wir haben doch ja genau richtig das lasse ich jetzt nicht nehmen das letzte Wort das war wir haben doch letzte Woche über Erwin Leder gesprochen nein über Jürgen Brochnow ah ok gut na gut ja dann war es tatsächlich nicht das Gespenst aber das war auch eine andere Rolle also Jürgen Brochnow war nicht das Gespenst das ist Erwin Leder und das war der das Gespenst ist der der den Motor betrieben hat nicht der Kommandant ok ja Jürgen Brochnow wie gesagt schaut ähnlich aus wie Käpt'n Adama und wir haben Jürgen Brochnow auch noch sehr kurz und schön na ich nehme alles zurück weil ich begebe mich auf dünnes Eis ich muss noch aufrufen für noch mehr Feedback macht es folgt der Feedback Aufruf also wenn sie noch nicht genug Feedback Verlesung hatten also bitte auch ihr Feedback ist willkommen einfach den in den Shownote verlinkten Google Form Link anklicken und ausfüllen und sofern das gewünscht ist wird das Feedback auch verlesen ich würde sagen die Option rausnehmen wo nicht verlesen rausnehmen nein also ich verlese es sowieso es ist nur optional ob man Namen dazu tut Entschuldigung ich habe sogar Spalte ob man will dass man es verlesen wird das kann man auch auf Nein schalten dann wird es nicht verlesen dann nehmen wir es nur zu Herzen in der Pre-Production tun wir das dann ordentlich abdiskutieren gut dann sage ich bis nächste Woche schön war es höchstwahrscheinlich wieder Dienstag 19.30 altes AKH Treffpunkt im Innenhof 2 meistens verziehen wir uns jetzt in einem anderen Innenhof immer dann zum wirklichen Aufnehmen besonders und Backups machen unbedingt stimmt du hattest noch auf den Zettel geschrieben Backups ja okay dann gut also schön was tschüss tschüss bis dann tschüss 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 g m Untertitelung des ZDF, 2020